Liebe Leute, hallo, schön, dass ihr am Start seid. Wir haben ja letztes Mal schon angefangen, hier unser Dörfchen auszubauen. Es ist aber noch viel zu tun. Da fehlen noch einige Gebäude. Die Staatskasse ist auch fast leer, aber wir machen jetzt Profit. Und deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um andere Dinge. Ich wollte aber noch eine Sache schauen. Wie viel Geld brauche ich denn für die... ...für die ausgebaute, spezialisierte Schmiede? Ich würde nämlich gerne eine Rüstungsschmiede machen. Das ist ein bisschen überschrieben, aber ich glaube 2000. Könnten wir das nicht noch machen? Ich würde sagen, ich speichere einfach mal. Und wir probieren das. Weil wenn wir jetzt Plus machen, muss ja auch nichts in der Staatskasse sein. So. Wir machen einfach mal F. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir in Saso... ...den Schmied anheuern können. Mal schauen. Rüstungsschmiede scheint mir auf jeden Fall eine bessere Wahl zu sein. Einfach, weil es viel mehr Rüstungsteile gibt. Ich glaube, das Thema hatten wir auch letztes Mal schon. Ja, und nochmal hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr am Start seid. Langsam wird sowas mit dem Dörfchen hier. Marius, der ist aber wieder am Sprinten. Herr Hanusch hat aber gesagt, es geht um 18 Uhr los. Und es war schon 18.01 Uhr. Auf meiner Uhr war es 18 Uhr, als ich auf Live geklickt habe. Und hier geht es nach meiner Uhr. Und nach Ressas Uhr natürlich. Hallo Ressa, du bist Baldur's Gate 3 süchtig. Das tut mir sehr leid. Oder es freut mich. Je nachdem. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? In der Tat. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. Einige Minuten später. Schön, schön. Ist jetzt hier schon ein bestimmter Schmied? Ladenwache? Dorfbewohnerin? Du hast hier nichts zu suchen. Ja. Ich habe hier nichts zu suchen. Das ist mein Dorf. Ich muss jetzt wirklich einen Schmied anheuern, oder? Warte mal. Mache ich jetzt überhaupt noch Gewinne? Oder sind wir jetzt schon im Verlustgeschäft? Das muss ich jetzt erstmal prüfen. Nicht, dass wir jetzt Verluste machen. Dressa, du würfelst jede Aktion in deinem Real Life gerade. Das erklärt, warum Game-TTS immer noch nicht fertig ist. Moin, du hast vor ein paar Streps gefragt, ob irgendwelche Wahnsinnige das Game nur mit Fäusten durchgespielt haben. Also du gehörst zu den Wahnsinnigen. Das ist beeindruckend. Also ich, ich meine, nur mit Fäusten bedeutet ja auch, dass du so Schleichattacken und so machen kannst, ne? Und dann immer die Leute noch fertig machen kannst. Ne, wir verdienen sogar mehr. Okay, perfekt. Dann ist ja gut. Aber das ist trotzdem sehr beeindruckend. Also Hut ab. Hut ab. So, dann schauen wir mal an unser schlaues Buch. Ach, das ist mir nicht so wichtig. Muss Lager, ruheloser Geist. Äh, 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 äh. Hier haben wir noch ganz viele Aktivitäten. Hasenjagd. Ja, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ein neues Zuhause. Hm. Ich glaube, da müssen wir einfach nach Sasau und einfach mal gucken, ne? Auch noch eine neue DLC-Quest. Ja, komm. Weit mal einfach mal los. Ne, Älterin. Ich hab noch nie Baldur's Gate gezockt. Gar nichts davon. Ich hab auch gesagt, wir können das irgendwann mal im Stream anspielen, aber auf jeden Fall nicht so bald. Nicht so bald, wo es geht, weißt du? So, jetzt ist es natürlich spät. Äh, muss ich denn diesen Rüstungsschmied hier fragen? Oder wen muss ich hier fragen? Du kannst hier im Dunkeln nicht einfach ohne Licht rumspazieren. Was ist mit meiner Fackel, ne? Ja, ganz genau. So, ich warte mal bis zum nächsten Tag, weil wir es können. Ich dachte, er hätte die Tastaturen nur mit Fäusten bedient, beim Fist Only One. Wir sind hier nicht bei Fight Night. Und hallo an alle, die hier noch dazustoßen. Schön, dass ihr dazustoßt. Heinrich stößt auch auf zu. Sowohl im Kampf, als auch in anderen Gelegenheiten. Guten Tag, Meister Otto. Wollen Sie bei mir ins... Was ist hier denn los? Wollen Sie, wollen Sie bei mir im Dorf leben? Herr Otto? Guten Tag, wie kann ich helfen? Arbeitest du mit Kupfer? Was kannst du mir über die Schmiede hier in Sasau sagen? Kommt darauf an, über welche du etwas wissen willst. In der Stadt arbeitet Mikesh, ein ehrlicher Handwerker. Und im Hof des Klosters, zach. Über ihn kann ich allerdings nicht viel Gutes sagen. Erzähl mir von Mikesh. Wie gesagt, ein ehrlicher Handwerker. Das kann man nicht von jedem Schmied in der Stadt behaupten. Was ist mit Zach, dem Schmied im Kloster? Tja, wie soll ich sagen? Wir sind nicht oft einer Meinung. Er wollte mein Geschäft kaufen, aber ich habe abgelehnt. Seitdem verliert er kein gutes Wort über mich. Ja, das ist... Tut mir leid. Das wäre alles. Danke. Stellst du Sachen aus Kupfer, Herr Meister? Hin und wieder nutze ich es für Verzierungen. Warum fragst du? Ich suche jemanden, der mir Kupferplatten machen kann. Das ist krude Arbeit. Mit so etwas vergeude ich nicht meine Zeit. Aber frag bei Zach im Hof des Klosters nach. Der hat ohnehin sämtliches Kupfer weit und breit aufgekauft. Ah ja. Meister Schmied, ich habe ein Angebot für dich. Nicht jetzt. Ich muss mich erst um diesen Bastard Zach kümmern. Komm später wieder. Okay, da müssen wir also zachlos werden. Gott behüt' dich. Und dann können wir den vielleicht anheuern. Passt doch auf. Na ja, dann checken wir noch mal die anderen Schmiede hier. 17 Likes. Ich bin im Perk. Kabotex chill. Wir haben gerade erst angefangen zu streamen. Warum sollen die Leute denn liken, wenn der Stream erst seit knapp neun Minuten läuft? Gebt dem Menschen Zeit, damit sie ihr Leben verbessern und verändern können. Ist da jemand? Ein Like ist wohlbedacht. Ein Like ist nicht leicht. Und hallo an alle, die dazustoßen. So, ist dieser Schmied hier Schmiedfrau? Ist hier... Ist... Kann ich dir auch was erzählen? Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Gott behüt' dich. Warum? Bist du kein Schmied? Wer schmiedet denn ihre Wachen? Ach, er hier. Hey, ich hab noch nie mit ihm gesprochen, glaub ich. Ich war immer nur bei ihr. Ich hab nie mit ihr gebrochen. Hast du zufällig Arbeit? Tja, wenn ich so drüber nachdenke. Es gäbe da eine Sache. Kürzlich kam so ein heiliger Mann vorbei. Er hat behauptet, er käme aus dem heiligen Land und hat Relikte verkauft, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Verstehe. Jedenfalls hab ich gehört. Er hätte Bruchstücke eines Schwertes, das einst der berühmten tschechischen Königin Saba gehört hat. Aber als er bei mir ankam, war kein einziges mehr übrig. Er hatte nur noch zwielichtige Waren, wie Splitter vom Kreuze Jesu, Dornen seiner Krone. Nichts, was mich interessiert. Und wer hat die Bruchstücke des Schwertes nun? Er hat sie an die Schmiede in der Gegend verkauft. Sie haben sie bloß zu Hause rumliegen als Glücksbringer. Wenn ich alle hätte, würde ich das Schwert zusammensetzen. Kannst du dir vorstellen, welche Macht es hätte? Wenn du mir alle Teile besorgen kannst, werde ich dich reich belohnen. Joa, das muss ich mir mal überlegen. Sicher, dass die Königin von Saba Tschechien war? Was soll sie sonst gewesen sein? Sagt dir der Name nichts? Frag einen Pfarrer. Sie kommt in der Bibel vor. Aha. Ist es nicht seltsam, dass ein Pilger etwas so Wertvolles bei sich hat? Willst du damit sagen, er lügt? Nun, den Leuten kann man nicht trauen. Aber darüber macht man keine Witze. Gott würde ihn von der Erde tilgen, wenn er heilige Relikte verunglimpfen würde. Er redet von Urize, ja. Welche Macht wohnte dem Schwert inne? Was sonst? Es brachte seinem Träger Glück und schützte sie in der Schlacht. Ja, was sonst? Wo sind die Bruchstücke? Wie gesagt, die Schmiede hier haben sie gekauft. Angeblich hat der Schmied aus Rataai das Größte. Der Bastard wird es vielleicht nicht verkaufen wollen. Aber wenn du es stibitzen könntest... Moment mal, ich soll etwas stibitzen? So ein Schwert könnte ich gebrauchen. Verkaufst du es dann? Tja, das wird dich was kosten. An die Bruchstücke zu kommen ist eine Sache. Aber sie zusammenzusetzen, eine ganz andere. Der Pfuscher aus Rataai brächte das nicht fertig. Klingt interessant. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ausgezeichnet. Du wirst es nicht bereuen. Ich zahle gut. Hatte einer von diesen komischen Typen den Rataai, den wir zum Scheiße schaufeln geschickt haben? Nicht ein Schwertstück? Brauche ich da einen Waffenschmied für Prabislavis? Ne, ich will einen Rüstungsschmied haben. Wegen des Schwertes. Gott behüt dich. So, auf Wiedersehen. Der hatte auf jeden Fall nichts zu dem Kupfer dann zu erzählen. Also müssen wir den Klosterschmied fragen. Aber hier vorne war auch noch ein Typ, ne? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ja, Herr Ritter, so ist es. Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich. Natürlich. Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresco. Und hallo Rommes. Und hallo auch an alle anderen, die noch dazugestoßen sind. Ja, Cloud, vielleicht können wir ihn auch töten. Und es ihn in seinen kalten Händen entreißen. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Gibt zu viele von uns für so ein Städtchen. Da ist zum Beispiel Zach, der eine Schmiede im Hof vom Kloster hat. Er macht hauptsächlich Sachen für den Kirchenbau. Und dann gibt es noch den Meisterschmied, Otto von Rabstein. Erzähl mir was über Otto. Kannst du mir etwas über Meister Otto erzählen? Nun ja, der ist ein Meister, zu dem man aufsehen kann. Hat für die Herren von Kuhnstadt und die reichsten Bürger in Prag gearbeitet. Verzeih mir die Frage, aber was tut er dann hier? Das fragen sich alle Leute mit einer Birne. Er genießt die Ruhe und den Frieden. Oder besser Genoss. Die Zankerei mit Zach hat ihm sicher ein paar graue Haare mehr beschert. Erzähl mir von Zach. Hat nicht viel für den übrig. Sein Handwerk versteht er, keine Frage. Aber er glaubt wohl, sein Sohn Vitus wird eines Tages mal Meisterschmied in Prag. Mein Vater war Schmied. Und ich schätze, er hatte dieselbe Hoffnung. So sind Väter eben, nicht wahr? Sicher. Wer wäre denn nicht stolz auf seinen Jungen? Aber Zach übertreibt. Jedenfalls liegt er sich deshalb mit Meister Otto in den Haaren. Worüber streiten sich Zach und Meister Otto? Zach ließ seinen Sohn Vitus in Kuttenberg zum Waffenschmied ausbilden und wollte Ottos Schmiede für ihn kaufen. Aber Otto ist ein stolzer Mann. Wie würde das aussehen? Der Meisterschmied weicht einem gerne groß, der noch halb am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Die zanken sich ewig deswegen. Naja, hauptsächlich Zach. Schwärzt Otto bei jeder Gelegenheit an und behauptet, dass Otto nur für Alteisen taugt und der Jungspund ihn verdrängen wird. Ja, aber ich hab doch die Lösung. Otto kommt zu mir ins Dorf und er kann Zach seine alte Schmiede haben. Das wäre alles. Danke. Arbeitest du hier mit Kupfer? Nein. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich wollte. Zach aus dem Kloster hat das ganze Kupfer aufgekauft. Gehab dich wohl. Zach macht sich verdächtig. Braver Junge. So ist's echt. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Immer noch Gammelfleisch, das seit Tagen hier rumgammelt bei mir im Inventor. Ich schmeiß es ihm sogar auf den Kopf. So, dann laufen wir mal mit dem guten Sach. Könnte natürlich auch hier noch mit Ulrich sprechen. Aber ich würde erst mal schauen, was der Sach so sagt. Versteht ihr? Was ist denn hier der Schmied überhaupt? Sonst habe ich eigentlich Hunger. Boah, ich könnte was essen. Ich könnte was essen. Möge Gott über dich wachen. Ja, ja. Tschüss. So. Dieser Johanka könnten wir vielleicht noch sprechen. Ah, jetzt mal ohne Witz. Wo ist denn hier der Schmied? Ich habe hier noch nie einen Schmied gesehen. Irgendwo in der Hütte? Alter, hier hat ja jemand ein kleines Klostermodell gebaut. Ist ja nice. Wo bist du denn überhaupt? Ach, der Karel. Ich hoffe, ich kann dir vernutzen sein, Ritter. Hast du... Ach so. Das können wir ihm auch noch sagen. Der Schädel ist nicht echt. Jemand hat ein Geweih daran befestigt. Aber woher nimmt man einen Menschenschädel? Und warum so etwas tun? Um die Leute zu erschrecken und den Preis hochzutreiben? Aber das hilft niemandem. Es muss ein böser Narrenstreich gewesen sein. Ein Streich, der beinahe zum Tod eines Menschen geführt hätte. Gott behüt' dich. Ich habe immer noch nicht die Mod von gestern verarbeitet. Keine Sorge, wir werden uns morgen wieder mit ihr beschäftigen. Und da kannst du direkt dein Trauma weiter durchleben, Informant. Und hallo Lensen, hallo auch an alle anderen. Oh shit. Hm, da oben und so war ich auch noch nie drin. Wo wir schon so viele Spielstunden haben, habe ich mich an manchen Orten noch gar nicht wirklich ausgiebig umgesehen. Irgendwie, wenn man so viel zu tun hat, man ist immer irgendwie beschäftigt. Soll ich mit Johanka noch sprechen? Grüß dich, Heinrich. Wie kommst du zurecht? Hm, besser. Etwas zumindest. Wir müssen nicht mehr so viele Verwundete behandeln. Aber Ruhe kehrt ihr leider dennoch nie ein. Ein Tritt vom Pferd, ein verdorbener Magen, Schlaflosigkeit, Schüttelfrost und solcherlei Dinge. Jeder hat irgendein Leiden. Und augenscheinlich bin ich die Einzige auf der Welt, die helfen kann. Und Matthias, der macht mir am meisten Sorgen. Nach der Sache in Merhoyed half mir Bruder Nicodemus, ihn hierher zu schaffen. Aber er hat immer noch Fieber und nichts scheint zu helfen. Tut mir leid, das zu hören. Ehrlich gesagt siehst du erschöpft aus. Ich weiß. Ich bin die ganze Zeit auf den Beinen. Und wenn ich mich mal ausruhen kann, schlafe ich schlecht. Ich habe seltsame Träume und wache auf. Und am nächsten Morgen fühle ich mich dann wie gerädert. Ja, Johanka, ich würde dir eigentlich nicht so gerne helfen. Also zumindest jetzt auch nicht. Und auch eigentlich nicht, weil du sehr unsympathisch bist. Aber ich mache es natürlich trotzdem. Und hallo, Kurga. Ja, auf der Kirche war ich schon. Da ist wirklich eine schöne Aussicht. Ich habe was für dich. Das ist nett von dir. Was denn? Etwas Fleisch? Ammelfleisch? Ist ja für die Kranken, ne? Ich habe ein paar Groschen übrig und dachte, ihr könnt sie brauchen. Jeder Groschen zählt. Du hilfst uns damit sehr. Habe ich überhaupt so viel im Inventar? Ich möchte dir 360 Groschen geben. Hab Dank, Heinrich. Du bist ein Engel. Was fehlt Matthias denn? Seine Wunde heilt nicht. Und wie gesagt, sein Fieber geht nicht weg. Bruder Nicodemus und ich sind ratlos. Es gibt nichts, was wir nicht probiert hätten. Jeden Abend bete ich zur heiligen Jungfrau. Aber auch das hilft nicht. Ach, der Arme. Musste schon so viel durchmachen. Ich werde auch beten. Ja, Dominik, aber was hat sie gesagt? Weißt du, wir haben uns den Arsch aufgerissen für sie hier. Für die ganzen Kranken. Sind durch die ganze Welt gereist. Damit es den Leuten besser geht. Und dann kommt er ist wenigstens hier im Gegensatz zu dir. Und dann hat sie auf diesen Blöden von Berg sich bezogen. Das werde ich ihr niemals verzeihen. Niemals! Wenn du nicht gut schlafen kannst, könnte ich dir einen Trank besorgen. Das wird leider nichts bringen. Bruder Nicodemus hat es schon versucht. Doch vergebens. Oh, verstehe. Kann ich ihr das Gammelfleisch geben? Ich habe was für dich. Das ist nett von dir. Was denn? Ich habe mehr Fleisch bei mir, als ich allein essen könnte. Ich dachte, ihr könnt es vielleicht brauchen. Ja, das Dörrfleisch. Ja, zwei Stück. Ja, klar. Kann ich das jetzt nicht? Das reicht nicht, ne? Ja, okay. Dann muss ich das wohl abbrechen. Hm. Das wird nicht lange reichen. Seht ihr? Und deshalb hasse ich sie. Zum Teufel mit dir, Johanka. Anstatt zu sagen, danke, aber könntest du mehr bringen? Das wird nicht lange reichen. Ich frage mich, wo der Schmied ist. Stichohanker ab, ja. Wie gestern, aber alle abstechen. Leute, ich brauche mal euren Rat. Wo finde ich Sach? Sach doch mal. Ah. Nee, doch nicht. Draußen? Wie draußen? Nicht im Kloster? Die haben doch ganz klar gesagt, im Kloster. Oder ist er da unten irgendwo? Hm. Außerhalb der Mauer. Hab dem doch gesagt, das ist der Kloster-Schmied. Hab ich hier irgendwie noch nie einen Schmied gesehen? Hier vielleicht? Aha. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Öfen. Aber. Einplanen, wo der ist. Etwas hoch wieder Richtung Kloster-Eingang. Okay. Was ist das für ein Typ hier? Was ist denn Müller? Wie bin ich jetzt noch verwirrter als vorher? Weil ihr gesagt habt, außerhalb der Kloster-Mauer, aber doch dann wieder hoch zum Kloster. Ach da. Ist er das? Ja, tatsächlich. Er hat sich hier in der Scheune versteckt. Sach. Sach doch mal. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, das will ich auch hoffen. Übrigens. Arbeitest du mit Kupfer, Meister Schmied? Warum fragst du? Weil ich's kann. Ist geheim. Ich hätte gern, dass du etwas für mich herstellst. Frag besser woanders. Ich nehm keinen Kupfer. Ich habe etwas anderes gehört. Was? Was? In der Stadt sagte man mir, du hättest sämtliche Kupfervorräte aufgekauft. Offenbar macht man mich wieder mal zum Deppen. Noch was? Ich hab immer noch zu tun. Was kannst du mir über die Schmiede von Sasau sagen? Tja, da wär Mikesch. Der ist ein ehrlicher Bursche, ein redlicher Handwerker. Dann gibt's noch Meister Otto. Der war mal gut, aber jetzt ist er alt. Und hält zu große Stücke auf sich. Also nichts gegen dich, aber du siehst älter aus als Otto. Und was ist eigentlich mit dem anderen Schmied hier, der das Schwert der Könige von Saber machen will? Den erwähnt irgendwie niemand. Als wäre der gar nichts wert. Weißt du, selbst der Handwerksschmied wird erwähnt. Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saber her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht einmal... Nicht mal für das Gold des Königs. Ich darf aber nicht dich töten. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Ich habe etwas anderes gehört. Was? In der Stadt sagte man mir, du hättest sämtliche Kupfervorräte aufgekauft. Offenbar macht man mich wieder mal zum Deppen. Noch was? Ich... Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Aha. Was? Dann viel Glück. Ich dachte, ich könnte mit ihm auch über... Über Oddo reden. Also mehr. Naja, vielleicht rede ich erstmal mit... Wie ist er nochmal? Ulbricht? Ja, Kurga. Viel Spaß bei geheimen Dingen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Moment. Was? So. Da sitzt er doch. Schauen wir mal, was der so sagt. Noch ein neuer Händler? Oder was? Wir fressen mal, oder? Ja. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Mein Freund, kannst du als Händler mir sagen, wo ich Quecksilber bekomme? Tja, ich war selbst bereits mehrmals dort und kam mit leeren Händen zurück. Ja, angeschein. Dreimal haben sie mich abgewimmelt. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermayer. Oder besser gesagt, sein Gehilfe. Was hat der Klostermayer dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Ich bin hungrig und hätte gerne... Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gäbe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. Das ist wohl wahr. Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Also ich weiß nicht viel über die Uschitzer Kirche, aber ich weiß, dass es da nicht trostlos vonstatten geht. Danke, das wäre fürs Erste alles. Warte. Möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Warum nicht? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Schatzkarte? Alter, wir haben ja gar kein Geld mehr. Ja, ich kann leider nichts kaufen. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn im Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... Ja, das andere eben. Aha, das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau, deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Uschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, denen nachzugehen. Danke. Ja, okay, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Ja, vielleicht kann ich ja den Schmiedegehilfen da irgendwie erpressen oder so. Das könnte doch sein. Der Kammer des Klostermayers. Ja, okay, das könnten wir auch zuerst machen. Könnte ich das nicht auswählen. Das war die wichtigste Schnellreise überhaupt. Das ist aber nicht hier, ne? Das ist oben. Ach was. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Ohohohoho. Kuhscheiße. Sag mir sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie. Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was meinst du? Du tröst mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht und ich habe keinen Grund dazu. Herr Gott. Ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, normalerweise würde ich so etwas nie tun. Spuck's schon aus. Sie kam mittags zu mir. Geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter. Ohne Wappen, aber bewaffnet. Nannte sich Herr Jeschek. Und hatte einen Knecht namens Rappota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang. Ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rappota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster. Dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen. Alles. Nun gut. Hab Dank. Mach's gut. Ja, schöne Sache. So. Meister Pfeifer ist jetzt auch hier. Aber ich glaube, wir schauen uns erst mal hier um. Bevor wir jetzt das machen. Ähm, ja. Stechen, äh, Stechen. Egal, fast dasselbe. Alles das gleiche. Alles mit Stechen ist das gleiche. Ja, und, äh, unser Heinrich hat den richtig weggebiebelt, Eisenfaust. Seht nur noch, dass er in der Bibel um die Ohren gehauen hat. Zu mir. Da bist du ja, Plötze. Ja. Zwischendurch mal speichern. Hab ich doch eben. Ja. 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 Seid ihr Banditen? Hallo? Seid ihr böse? Noch nicht wirklich. Also. Warum sitzt ihr hier herum? Warum nicht? Genießen die Aussicht. Die Leute heutzutage wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Sagt dir der Name Rappota irgendetwas? Rappota, sagst du? Rappota. Hm. Nein. Sagt mir überhaupt nichts. Die Aussicht, was? Wenn ihr jemals wieder eine Aussicht genießen wollt, beantwortet lieber meine Frage. Ha, ha. Das Balk meiner Schwester hat mich schon schwerer beeindruckt. Scheißkerl. Pff. Hey, aber wie kann das denn sein? Ich hab das doch auf... Auf 20. Kann ich das nochmal probieren? Die Aussicht, was? Ha, ha. Das Balk meiner Schwester hat mich schon schwerer beeindruckt. Scheißkerl. Das geht doch gar nicht höher, oder? Oder... Pass auf, du Possenreißer. Ich untersuche ein Verbrechen gegen den König im Dienste von Herrn Ratzig. Wollt ihr wirklich so tun, als wüsstet ihr von nichts? Warte mal. Was soll das heißen? Verbrechen gegen den König. Ich halt bloß die Augen offen. Wenn Wagen kommt, sehe ich zu, dass ihn keiner überfällt. Wer hat dafür bezahlt? Mehr nicht. Na also. Geht doch. Hä, und das hat jetzt funktioniert? Wo steckt Rapporta? Weiß nicht. Ist die letzte Zeit in der Stadt geblieben. Hat sich kaum blicken lassen. Scheint, als ob er jemanden beobachtet, aber keinen Schimmer wehen. Wer holt die Waren ab? Weiß nicht. Die reden nicht und schauen nur finster drein. Nehmen das Zeug und verschwinden. Danke. Dann genießt mal weiter die Aussicht. Hm. Warum sitzt ihr hier herum? Warum nicht? Die Leute heutzutage wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Das verstehe ich manchmal nicht, dass man dann nochmal das gleiche sagen kann. Das ist irgendwie, also das finde ich ist total unglaubwürdig. Sagt dir der Name Rapporta irgendetwas? Rapporta sagst du? Pass auf, du Possenreißer. Warte mal. Ich halte bloß die Augen offen. Na also. Geht doch. Ich wollte das hier noch sagen. Ich sag's euch als Freund. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Rapporta ist abgehauen und wird sich hier nicht so schnell wieder blicken lassen. Ihr könnt packen und heimgehen. Was? Der Scheißkerl schuldet mir ein Dutzend Groschen. Verdammt. Was jetzt? Hier bleiben wir jedenfalls nicht. Danke für die Information. Hätten sonst vielleicht wochenlang hier gesessen. Hm. Hab ich ja nicht gesagt, hier ist eine kleine Pelle irgendwo? Oder hab ich das eben missverstanden? Hauptsache er geht. Aber er bleibt hier, oder was? Das ist ein wenig. Der würde ich nicht missverteilen. Das ist nicht so schnell. Und das ist schulden. Das ist nicht so geil. Was? Also ist es, wenn ich das jetzt rausgelegt. Ja, er war ein Bandit. Du bleibst schön da. Ein bisschen Geld könnten wir schon gebrauchen. Ja, das stimmt. Vielleicht ist ja hier noch was drin. Warte mal, sind die Sachen jetzt gestohlen, die ich gerade geklaut habe? So, dann. Müssen wir wohl wirklich in der Nacht mal beim Schmied vorbeischauen. Ich würde sagen, da warte ich dann einfach mal. Dieser Typ, Alter. Einfach direkt vorm Schmied stehen, bis er was Illegales macht. Genau das habe ich vor. Genau das. Ja. Ja, Regan, so ein Dorf fühlt sich nicht von alleine. Da kann man schon mal ein bisschen Geld gebrauchen. Oder sagst du mir was, Vitus? Gott sei mit dir. Mein Vater sagt, ihr arbeitet nicht mit Kupfer. Ist auch so. Ich habe in der Stadt etwas anderes gehört. Es heißt, dein alter Herr hätte sämtliches Kupfer aufgekauft. Schimpfst du mich, ein Lügner? Oder mein Vater? Fordere mich nicht heraus. Pass nur auf, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Was? Eine Drohung? Glaubst du, ich wäre ein Narr? Du verstehst es nicht, oder? Ich will mich nicht mit dir schlagen. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ich stecke dir einfach mein Dolch zwischen die Rippen und drehe so lange, bis du mir die Wahrheit sagst. Jesus Maria, bist du verrückt? Wirklich? Also, redest du endlich? Immer mit der Ruhe. Du hast recht. Wir stellen nachts Kupferplatten her. Ja, Regan, du hast recht. Das macht die Gewohnheit. Sonst habe ich immer nur die Sachen ab 400 mitgenommen. Deswegen habe ich da gerade nicht alles mitgenommen. Aber ich habe ihn eigentlich umgebracht, um mir ihn auszurauben. Aber irgendwie war ich dann so noch in diesem Modus, ich muss nicht alles mitnehmen. Naja, ab jetzt werde ich es dann machen. Wozu die Geheimniskrämerei? Vater verbot mir, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht wieso, hab nicht gefragt. Gut, dass er nicht neben uns steht und uns nicht hört. Wer kauft euch die Platten ab? Ich weiß nicht. Hab die Kerle nie gesehen. Vater spricht nicht gern darüber. Dein Vater schuldet mir eine Erklärung. Jesus, bitte tu ihm nichts. Das werden wir sehen. Alles Gute. So, steckt mal das blühende Schwert weg. Gott sei mit dir. So, Kumpel. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Dein Sohn sagt etwas anderes. Wie bitte? Was faselst du da für einen Unsinn? Sei ihm nicht graben. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Na schön, du hast gewonnen. Ja, wir machen Kupferplatten. Und ich will nicht, dass es bekannt wird. Warum? Es bringt viel ein und ich gebe zu, ich hab mehr als nur ein bisschen Schiss vor den Leuten. Haben sie dir gedroht? Mussten sie nicht. Hab ihnen schon angesehen, dass es besser ist, brav mitzuspielen und zu tun, was sie wollen. Haben sie dir je gesagt, wer sie sind und wo man sie finden kann? Ich weiß ein bisschen, aber versteh doch, das würde nur Ärger geben. Ich würde den Auftrag verlieren und mir Sorgen machen, müssen, dass ein paar Halunken mein Haus abwackeln. Oder Schlimmeres. Wenn du nicht mitspielst, blüht hier weitaus Schlimmeres als das. Du musst mir nicht drohen. Wir können beide profitieren. Ich sag dir alles. Und du hilfst mir im Gegenzug bei einer kleinen Sache, die mich für die verlorenen Einkünfte entschädigt. Dö. Ich werde dich jetzt weiter bedrohen, Kumpel. Weißt du denn nicht, wie Fälscher bestraft werden? Hat mich nie gekümmert. Offensichtlich. Denn die Strafe dafür ist, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Und ich garantiere dir, dass Geld das Letzte ist, an das du denken wirst, wenn du erst einmal dort oben stehst. Du, du hast natürlich recht. Ich hätte nicht... Tut mir leid, ich wollte am Ende nur nicht mittellos dastehen. Also raus mit der Sprache. Was ist hier los? Eines Abends kam so ein lausiger Bettler zu mir und stellte sich als Rapota vor. In einem gelben Umhang, ständig am Pfeifen. Ihn begleitete ein Ritter, aber der nannte seinen Namen nicht. Sie sagten mir, was ich zu tun habe, wie viel ich dafür kriege und dass ich das Maul halten soll. Hm. Wo finde ich diesen Rapota? Oder den Ritter? Weiß nicht, aber den Wagen mit der Ware hab ich immer hinterm Kloster auf einem Hügel neben einer kleinen Kapelle und einem großen Baum abgestellt. Sonst noch was? Was? Das war alles, ich schwör's. Das genügt mir fürs Erste. Ähm, junger Herr, wegen dieser Sache. Ich bezahl dich auch für deine Hilfe. Sag mir zuerst, was hier los ist. Kürzlich wollte ich meinem Sohn Vitus das Geschäft von Meisterschmied Otto kaufen, aber der Alte will nicht hören. Er meinte, er wird's nicht ertragen, wenn ein Tölpel wie mein Vitus in seine Fußstapfen tritt. Trotz der Beleidigung hab ich mein Angebot verdoppelt, aber er gibt nicht nach. Und was hat das mit mir zu tun? Hab gedacht, ich zeig Otto, dass Vitus keineswegs ein Dämmlack ist. Aber dafür brauch ich einen, der weiß, wie man kämpft. Nee, Rave Shaw, den will ich ja nicht haben. Ich will ja Otto haben, nicht diesen Heini hier. Sollte kein allzu großes Problem sein. Was ist dein Plan? Otto werkelt deiner hübschen Rüstung für den Vogt herum. Da dachte ich mir, wenn wir irgendwie zeigen können, dass die Rüstung nix taugt, ist er unten durch. Und wie sollen wir das anstellen? Naja, ich dachte mir, wir sorgen für den Zweikampf mit Knüppeln. Du ziehst Vitus' Rüstung an und Otto packt seinen Kerl in seinen Haufen Blech. Du lädst den Vogt als Zuschauer ein und machst Otto so vor allem zum Gespött. Und was hätte ich davon? Du kannst Vitus Kyras behalten und ich lege sogar noch ein paar Groschen obendrauf. Klingt gut. Und ich könnte mir vorstellen, es kann dir nicht schaden, beim besten Schmied weit und breiten Stein im Brett zu haben. Das wird sich zeigen. Hm. Und du glaubst wirklich, das klappt? Otto zerreißt sich in der Schenke dauernd das Maul darüber, dass man Junge nix taugt. Wenn ich einmal zeige, dass das Geräte dieses verbitterten Greises nur heiße Luft ist, kann er dicht machen. Werden Siegen für Vitus. In diesen unruhigen Zeiten wird's in der Gegend für einen guten Waffenschmied an Arbeit nicht mangeln. Und wenn ich verliere? Unfug. Wie könntest du? Vitus' Rüstung ist leicht wie eine Feder und hart wie Granit. Wie wäre es, wenn die Rüstung für den Vogt auf mysteriöse Weise verschwindet? Jesus Christus, denk nicht mal daran. Andererseits, wenn Otto dem Zweikampf nicht zustimmt, bleibt uns nix anderes übrig. Genau. Und da es dir darum geht, Otto zu ruinieren, hätte seine gebrochene Vereinbarung mit dem Vogt vielleicht sogar schlimmere Konsequenzen für ihn. Da hast du recht. Tu, was du für richtig hältst. Aber falls die Rüstung, naja, wegkommt, taucht danach nicht bei mir auf. Ich weiß von nix. Klar? Natürlich. Bis später. Herr Bodo, ich nehm das doch an. Wann hab ich denn meine Quest nicht angenommen? Außer die bei Johann Kaber, die machen wir später. Aber ich will jetzt, äh, ich geh jetzt mal zu Otto und guck, ob ich, äh, vielleicht auch für ihn antreten kann. Weil Otto ist mir sehr viel sympathischer. Dass es nicht passiert. Außerdem ist Otto mein bester Mann. Otto hab ich schon tausende Sachen verkauft. Und Otto hat Kohle. Kohle wie Harry. Wer auch immer Harry ist. Oh shit, ich hab schon wieder auf den Chat geguckt. Das ist nicht passiert. Und Otto hat den cooleren Namen. Es tut mir leid, wenn jetzt, äh, ein, 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 ein Sach, ein Zach im Chat ist. Es tut mir sehr leid. Zach ist auch ein cooler Name, aber Otto ist mir einfach sympathischer. Schaut euch diese Gurken an. Halt dein Maul. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greif zu, bevor sie weg sind. Hast du gerade hässliches Schwein gerufen? Herr Otto. Glück und Gesundheit. Ähm. Hm. Meister Otto, ich habe eine Botschaft für dich von Zach dem Schmied. Wenn es ein weiteres seiner großzügigen Angebote ist, kehr direkt um. Ich verkaufe nicht und damit hat es sich. Nein, etwas anderes. Vitus fordert dich zu einem Zweikampf heraus. Was? Ich soll mit diesem Balk kämpfen? Zach hat wohl den Verstand verloren. Darum geht es nicht. In Wahrheit soll es ein Schlagabtausch zweier Handwerker sein. Wie das? Es wird ein Zweikampf mit Knüppeln, kein Blut vergießen. Höchstens blaue Flecken und ein paar Dellen in der Rüstung. Zach erwählte mich, Vitus' Rüstung zu tragen. Und nun muss von mir ebenfalls ein Recke auserkoren werden? Klingt vernünftig. Gut. Wann und wo soll der Zweikampf stattfinden? Immer langsam mit den jungen Pferden, Bursche. Ich möchte dir ein Gegenangebot machen. Sicher zahlt Zach gut. Allerdings. Dennoch, ich könnte dir mehr zahlen und dir einen Kürass maßschneidern. Ein Kürass? Was sagst du? Du meinst, ich soll als dein Recke antreten? Ich nehme nicht an das Zach das Gefiele. Nein, nein, du kämpfst für Zach. Und verlierst. Das wäre eher los. Deswegen machen wir es. Machen wir das? Also mir ist Otto wirklich sympathischer als Zach. Aber jetzt ist er mir gerade ein bisschen unsympathischer. Aber ist Zach überhaupt ein... Wisst ihr, was wir machen, was richtig ehrlos ist? Wir sagen, wir machen es. Aber gewinnen dann trotzdem. Und wir verarschen alle. Sogar die Drachen. Na gut, ich tue es. Ausgezeichnet. Zach wird sich noch wundern. So, wähle Zeitpunkt und Ort. Was? Ich? Du wirst herausgefordert, also ist es dein Recht. Mir egal. Klär das mit dem Vogt. Er sollte sowieso Bescheid wissen, damit man mich nicht für einen Störenfried hält. In Ordnung. Lebe wohl. Ach so, warte mal. Wir können dir noch Sachen verkaufen. Warte, habe ich im Pferd eigentlich noch irgendwas? Ja, habe ich auch noch. Wir haben doch hier noch Zeugs im Pferd. Verlierer-Sohn. Ganz genau. So, äh, handeln. Mach's gut. Du hast ja noch... Alter, der hat Kohle. Der hat Kohle, Junge. So, nimm mal diese ganzen Sachen. Da haben wir doch 10k. Und feilschen wir noch eine Runde. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. So, ich will... Ja, wir können ja richtig was rausschlagen hier. Und gib mir mal... Wie wär's damit? Darauf werde ich fast einschlagen. Fast. Ich werde auch fast auf dich einschlagen. Und wir machen... Endlich eine vernünftige Summe. Nice. Jetzt haben wir wieder Kohle, Junge. Geh da weg, Rüstungsmeister. Ich glaube, wir gehen als nächstes, wenn wir hier durch sind mit den Quests soweit, und dann gehen wir einmal nach Skarlitz und töten ganz viele Banditen. Dann haben wir wieder Kohle für unser Dorf. So, Pfeiffer ist jetzt hier. Wo ist denn der Vogt? Säbel rasseln. Das interessieren wir nicht. Der Vogt ist auch hier. Ja, Teufel. Ich hab das schon... Also, mir war gar nicht so bewusst, dass ich einen Kampf einfach ins Inventar gehen kann. Ich dachte, das Spiel wird nicht pausiert. Warum ist Pfeiffer so komisch gekleidet hier? Viel Gesundheit. Das Dorf hindert sich schon von selbstgebrossenen Geduld. Ja, aber wir wollen ja auch die Kirche und solche Sachen, ne? Machen. Geht hier etwas Interessantes vor sich? Ich würde es nicht interessant nennen. Eher nervend. Da rennt ein Bastard umher und macht Ärger. Wenn er so weitermacht, wird er noch geköpft. Oha. Betreide für... Nee. Ich bin hier auf Geheiß von Zach, dem Schmied. Zach? Was hat dieser Narr nun schon wieder? Sag's mir nicht. Eine weitere Beschwerde über den Meisterschmied. Richtet Zach aus. Wenn er noch einmal meine Zeit mit dieser lächerlichen Fede verschwendet, werde ich ihn wegen Missachtung des Vogteiamtes geißeln lassen. Diesmal ist es keine Beschwerde. Tatsächlich hat er eine Idee, um den Streit ein für alle Mal beizulegen. Ist das so? Na, dann ist es etwas anderes. Und zwar genau das, was ich im Sinn hatte. Ich bin ganz Ohrfreund. Was schwebt ihm vor? Ein Duell. Allmächtiger! Hat er endgültig den Verstand verloren? Zach ist verrückt, keine Frage. Aber es wäre lediglich ein Zweikampf mit Knüppeln. Nichts lebensgefährliches. Einen Augenblick, junger Mann. Zach ist ein respektabler Handwerker. Er steht einfach im Volk nicht zu, ihn verrückt zu nennen. Schon gar nicht seinem Laufburschen. Ich bin Vogt, Junge. Hier ganz ehrlich. Deine Gegenwart ist unverzichtbar, Vogt. Wir brauchen einen Schiedsmann für den Zweikampf. Nun gut. Wir werden ihn auf dem Marktplatz vor der Kirche abhalten. Doch wann? Das obliegt dir. Wir könnten es sogleich verkünden. Ja. So sei es. Ich lasse es sogleich verkünden. Das ist wirklich eine elegante Lösung. Ein fürstliches Spektakel für das Volk? Und ich bin obendrein dieses mürrische Paar und dessen gezänklos. Mach's gut. Ich glaube, ich mache wirklich für Otto. Ich verliere jetzt. Ich weiß auch, witzig wäre beide zu verraten, aber nee. Ihr guten Leut von Sasau. Ein Zwist schwebt wie eine dunkle Wolke über unserer schönen Stadt. Wie ihr alle wisst haben. Zach, der Schmied des Heiligen Klosters. Und Meisterschmied Otto von Rabstein seit einiger Zeit ein Gezänk. Und ob schon es mir als Vogt zukommt, derlei Zwist mit Gewalt zu beenden, um Frieden und Ordnung zu wahren, entschied ich mich, den Unfrieden der Schmiede auf zwanglose Weise zu schlichten und euch guten Leuten dabei ein rechtes Spektakel zu bieten. Kurzum, wir gestatten ihnen, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Doch, da es zwei respektablen Handwerkern kaum ansteht, einander auf dem Marktplatz das Feld zu gerben wie Hähne auf dem Mist, hat jeder von ihnen einen Streiter erwählt. Zach, unser Schmied, ernannte als Recken an seiner Stadt Heinrich von Scarletts. Und Meister Otto von Rabsteinsrecke ist... Bitte, stellt euch selbst vor, Herr Ritter. Meister Otto kämpft für Meister Otto. Ich schicke sicher nicht einen Welpen, der meinen Platz einnimmt. Seid gewahr, dies ist ein Zweikampf nur mit Knüppeln. Und auch nur bis zum ersten Blute. Okay, da muss ich jetzt Otto verprügeln. Seid um Himmels Willen vernünftig. Wir wollen hier keinen Krüppel oder, Gott bewahre, Toten sehen. Also, wenn beide Streiter bereit sind, lasst uns beginnen. Er tritt doch bestimmt nur an, weil ich ihm gesagt habe, dass ich verliere. Deswegen verpugel ich ihn jetzt. So nicht, Meister Otto. Alter, der Knüppel macht vor viel Schaden bei Wüstung. Dem alten Zausel hast du es gezeigt, Heinrich. Dem klingeln noch ne Mond später die Ohren. Jetzt weiß jeder, wer ne Rüstung zu machen versteht. Und wer bloß heiße Luft. Das war kinderleicht. Soll ich noch andere Handwerksdiscute für dich aus der Welt schaffen? Die Gäbsbursche, aber keiner lässt sich mit dem Knüppel lösen. Egal. Komm später zur Schmiede und hol dir deine Belohnung. Gerne. Wieso sind wir nackig? So. So, Waffen haben wir auch noch, die wir verkaufen können, ne? Äh, den Bogen noch und die Spitzpfeile. Bis später. Ich bin gespannt, was Otto jetzt sagt. Ja, ohne Witz, Eisenfaust. Wer macht denn sowas? Wir wissen nur wahre Ritter. Oh, der ist gar nicht mehr offen jetzt. Was? Naja, dann schauen wir mal bei ihm vorbei. Aber ich glaube, ich rede jetzt mal kurz mit Faefer. Wenn wir gerade schon mal da sind. Hat der Vogt noch was zu erzählen? Oder auch nicht. Äh, Faefer? Ach, hier sitzt er. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Verstehe. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, wo die Kupferplatten hergestellt werden. Wirklich? Sag schon. Es ist der Schmied im Hof des Klosters. Er beliefert die Fälscher. Weißt du, wie das vonstatten geht? Nein. Ich weiß nur, dass ein Mann namens Rappota die Ware abholt. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Standswerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Mastergravur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. So wie immer. Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Ja, aber mir ist dort nichts Besonderes aufgefallen. Und weißt du, wer dahinter steckt? Rappota, wieder einmal. Derselbe Schurke. Das ist alles. Lebe wohl. So, dann müssen wir den anderen Typen noch verhören. Speichern könnte ich auch nochmal. Dann gehen wir gleich mal hier zum Schneider. Machen wir alles wieder heile. Ich glaube, da war ein bisschen was kaputt, oder? Und den Rest könnten wir so reparieren. Achso, das muss ich noch verkaufen, übrigens. Gucken wir mal alles heile hier. Werter gehe ich auch verkaufen. Noch die Sachen reparieren. Und wir müssen, glaube ich, mal wieder ins Badehaus, oder? Wir haben uns schon lange nicht mehr waschen lassen. Ja, Vino, ich habe das gerade auch nicht verstanden, warum er gesagt hat, da war nichts Auffälliges. Da waren zwei Typen, die gewartet haben. Ich hätte die, weiß ich nicht, auch vielleicht erwähnt. So, mach mal. So, was habe ich denn für dich? Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Lass uns über den Preis sprechen. Hm. Ist gut. Aber unauffällig gemeuchelt. Total unauffällig. Sind wir uns einig? So kriegst du mich nicht rum. Willst du erst Blumen bringen, oder was? Endlich eine vernünftige Summe. Alles Gute. Dieser Handwerker kann so einen schwer beschädigten Gegenschutz nicht reparieren. Was bist du denn für ein Amateur? Zum Rüstungsschmied. Der muss erst mal bei seiner Schmiede da ankommen, aber ich kann da auch kurz warten. So, und hier ist ja auch dieser Graveur, ne? Ja. Können wir auch kurz mit dem noch sprechen, bevor wir zum Schmied gehen. Der Schwert ist da noch im Inventar. Ach, das habe ich mir letztes Mal gekauft, dieses, ähm... Das Schwert ist, ich habe letztes Mal Herolds gelesen, das heißt ja Herodes. Ja, das habe ich mir gekauft. Einfach weil ich da noch reich war. So, was haben wir hier eigentlich noch? Spötter. Leichte Rüstung. Hm, oh, keine Ahnung. Ich frage eigentlich nie leichte Rüstung. Und nämlich Spötter. Und hier rein? Mit dem Typen haben wir ja auch schon mal gearbeitet. Warum benutzt du es nicht? Weil ich den Streitkolben eher lieber benutze? Weil der besser ist gegen Rüstung? Also... Wir haben ja jetzt schon oft genug das Thema gehabt, dass Schwerter schlechter sind. Also für mich zumindest, für meinen Spielstil. Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall. Und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Ähm... Verstehe. Glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaon. Denn heute befiehlt ihn die fünfte Plage Ägyptens. Die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Haar im Himmel. Die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenn gleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annehmen kann. Ja, strange. Also ich habe jetzt schon alle Waffen durchprobiert. Letztes Mal dann auch zum Beispiel wieder das Schwert. Wir haben auch eine Axt im Inventar. Ich habe ständig durchgewechselt. Wenn du die Streams nicht guckst, kann ich auch nichts dafür. Also... Was ist dein Lehrling Florian für einer? Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kürzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei. Was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Darf ich fragen, wieso? Hm. Wenn ich sage, wir sind Freunde, dann... Ich sag mal das. Er schuldet mir Geld. Natürlich. Sag schon. Würfeln oder Saufgelage? Ähm, beides. Sodom und Gomorra sind zu gut für ihn. Hier, ich ziehe es ihm vom Lohn ab. Danke, du bist zu gütig, Meister. Aber ich hole es mir lieber von ihm persönlich. Wenn du glaubst, er hätte was übrig, dann nur zu? Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. Hat Florian vielleicht Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke. Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier und sie war fuchsteufelswild. Eine Frau aus dem Badehaus? Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Ab Dank. Kannst ungestört weiterarbeiten. Mach's gut. Ja, strange. Dann hast du aber noch nie mitbekommen, dass ich schon alle Waffen ausprobiert habe. Auch das Setup, was ich jetzt habe, haben wir erst seit dem letzten Stream, weil ich diesen Schild neu gewonnen habe. Und deswegen benutze ich den. Und den habe ich auch noch nicht wirklich im Kampf benutzt, weil wir den erst letztes Mal bekommen haben. Aber ich habe die Axt ausprobiert. Du siehst ja auch an den Werten. Hier bei Kampf, dass ich Streitkolben auf 14 habe, Schwert auf 13 und die Axt mittlerweile auch schon auf 6, weil wir das ja auch schon ein bisschen benutzt haben. Deswegen, Abwechslung ist ja da. Muss man halt die Augen auch aufmachen. So, der ist eben ein Bäcker. Gehen wir erst mal hier hin und dann gehen wir zum Bäcker. Ich wollte ja sowieso zum Badehaus. Ja. Aber hier ging es gar nicht zum Badehaus. Hier ist das Badehaus. Hey, NK, ich finde auch nicht, dass der Streitkolben OP ist. Ich finde, also das ist ja auch falsch. Die anderen Waffen sind verhältnismäßig schlechter als der Streitkolben. Das heißt aber nicht, dass der Streitkolben OP ist. Was soll das denn heißen? Wie ich höre, zankst du dich mit Lehrling Florian. Zanken? Ich zank gleich mit dir. In dem Scheißkerl haben die meine Esther. Armes Ding. Was wohl aus ihr werden wird? Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lumpf sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. Ein Boot? Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Ihr habt mir zugebrüllt. Ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er dazulernt. Nee, NK, hier gibt es keine zweihändigen Waffen. Also zumindest Knüppel. Das war nur bei diesem einen Typ ganz am Anfang so, dass er so ein Ding hatte. Aber der war ja ein Gegner. Vielleicht haben sie da mehr geplant, aber das kam ja nie im Spiel. Ich meine, es gibt ja auch keine Armbrüste. Und ich glaube, die helle Baden-Klasse, die habe ich auch noch nicht großartig ausprobiert. Aber die kann man ja auch nicht ins Inventar packen. Müsste ich mal ausprobieren. Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen haben nicht groß ne Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Gag daher, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Und Enten tut es so. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gern ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker. Wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Du weißt, wo er ist, warum gehst du da nicht hin? Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Ist die jetzt Esther oder Esther? Klingt, als stündet ihr euch nahe. Hab sie geliebt wie ne Tochter. Ist als Weise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Arbeit verschafft. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, ob sie noch lebt. Ich wüsste gern mehr über die Entführung. Möge Gott über dich wachen. Kann ich Esther nicht suchen gehen? Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Aha. Und was darf's sein? Also... Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Wie du willst. Hast du Geld? Hm. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Gott behüte dich. Boah, wie lange das dauert. Oh, ja, ganz schön dreckig. Esther. Die gute alte Esther. Ich hab grad ein Achievement bekommen. Ein geschätzter Mitmensch. Werde in jedem Ort geschätzt. Seht ihr? Ich bin geschätzt. Ja, dann gucken wir mal, was mit dem Florian ist. Guten Tag. Kann ich in einen Keller? Ach. Wo komme ich denn hier in den Keller? Machen wir mal zwei. Da muss das doch irgendwo... Draußen sein, oh shit. Da ist der Eingang auf der anderen Seite. Ach, hier. Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rappota irgendwelche Glocken? Äh, weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Ume, ich mach gleich die Tür zu und dann wirst du ordentlich verprügelt. Du hast dich soeben belastet. Mein Wort gegen deines. Wie gesagt, ich streite alles ab. Meinst du wirklich, dass dir jemand glauben würde? Dein Wort hat kein Gewicht. Du hast das Werkzeug, das Wissen und die Werkstatt. Es bleibt nur noch dein Motiv. Aber ich schätze, es ist Geld. Ich scheiße aufs gottverdammte Geld. Was ist es dann? Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Wer ist Esther? Mein Mädchen natürlich. Dieser Abschaum hat sie aus dem Badehaus entführt. Also das tut mir leid, aber es rechtfertigt nicht deine Taten. Aber ich, ich, äh, ich versuch's mal auf die Tür. Das tut mir leid. Mir auch. Hör zu, ich sag dir alles. Versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Soll ich etwa die Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Ja, ähm. Pass auf, Florian. Ich fühle mit dir. Aber ich bin nicht der Einzige, der hinter denen her ist. Wenn sie Wind davon bekommen, werden sie das Weite suchen und dann ist deine Esther verloren. Wenn Rapota erfährt, dass ich geredet habe, töten sie sie. Nicht, wenn ich Rapota davor erwische. Ist er hier in der Stadt? Ja, ist er. Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen. Da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen. So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Wo finde ich Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreutig zu sehen. Das bezweifle ich. Wie hast du das Stanzwerkzeug übergeben? Rapota wartete hinter der Kirche auf mich. Ich wollte es nicht aushändigen, ohne Esther gesehen zu haben. Und erlaubten sie es? Seltsamerweise ja. Sie brachten mich zu einem verlassenen Hof in den Skale zerhügeln. Meine arme Esther. Sie hatte Todesangst. Wenigstens weißt du, dass sie lebt. Wer weiß. Das ist eine Zeit lang her. Und sie ließen sie nicht gehen, nachdem ich tat, was sie verlangten. Sie meinten, sie bräuchten mehr. Mehr Stanzteile? Sie nutzen sich mit der Zeit ab und müssen regelmäßig ersetzt werden. Deshalb hast du es keinem gesagt? Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahm, war es schon zu spät. Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davon kommt. Geh! Hoffentlich zeigst du es ihm. Gott behüt dich. Oh, doch nicht von ihnen. Nein, dann bleibt die Tür halt offen. Okay. So, das müssen wir noch machen. und führe Rapota auf. Aber meint er jetzt diese Schenke oder meint er die andere Schenke? Schönen Tag. Was willst du? Gott behüt dich. Jörg, mich würde interessieren, wie du das Game bewertest zwischen 1 bis 10, ehrliche Meinung. Nö, dir gebe ich jetzt deine, äh, die unehrliche Meinung. Ähm. Ich überlege gerade, also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sagen, eine 8 von 10. Es gibt einige Dinge, die mir nicht gefallen, aber im Großen und Ganzen überwiegt das Positive sehr. Ich frag mal bei der anderen Schenke, vielleicht gibt es da irgendwas. Jedes Mal reite ich hier falsch. Und hier das Mal, aber hier das zweite Mal. Zack. Zack, wir gehen zu Zach. Wir haben vereinbart, dass ich Vitus Kyras bekomme. Und ein paar Groschen dazu. So ist es und ich stehe zu meinem Wort. Hier, bitte. Danke. Ich möchte dir etwas vorschlagen. Hast du von Prius Lavitz gehört? Oh ja, ich hab davon gehört. Was willst du? Ich baue als Vogt das Dorf wieder auf. Wir haben gerade die Rüstungsschmiede fertiggestellt und brauchen einen fähigen Schmied. Meinst du mich? Die schickte Himmel. Wird Zeit, das Geschäft meinem Jungen zu übergeben. Nur bin ich nicht bereit, den Hammer niederzulegen, solange ich noch bei Kräften bin. Schmieden ist mein Leben. Und dein Angebot? Nun, wie kann ich da Nein sagen? Also nimmst du mich? Ja, ich nehm dich. Hm. Ich ziehe es in Betracht. Ich muss dir aber sagen, es gibt genug andere, die mich um die Stelle anbetteln. Es ist sogar ein Rüstschmied den ganzen Weg aus Kuttenberg gekommen, der mir viele Groschen geboten hat. Ach, du willst doch nicht etwa einen Fremden nehmen. Ich hab fürs Alter ein bisschen Silber zurückgelegt. Es gehört dir, wenn du mich nimmst. Bitte sehr. Danke. Schön, dass du für mich arbeiten willst. Hab Dank, Meister Vogt. Ich werde mir deine neue Schmiede anschauen. Oder besser meine. Richtig? Dann viel Glück. So lobe ich mir das doch. Beste Grüße. Mach's gut. So lobe ich mir das doch. So, was ist denn jetzt mit seiner Rüstung hier? Oh, die ist ja nicht mal besser. Tja. Schlecht. Kann ich dir direkt zurückverkaufen, Kumpel. Gott behüt' dich. Er hat nicht mal Geld. Wisst ihr, was ich schade finde? Dass wir seit 100 Jahren schon den gleichen Helm tragen. Und dass es einfach irgendwie keinen besseren gibt. Für uns. Also es gibt bessere Helme, aber keine, die nicht die Sicht einschränken. Einfach schade. So. Gute Arbeit, NC. Gute Arbeit auch an alle anderen. Ja. Nee, Otto kann ich jetzt nicht mehr bekommen. Wie denn auch, wenn wir jetzt den Posten schon freigegeben haben. Beziehungsweise der Posten nicht mehr frei ist. Ähm. Ich weiß womöglich, wo die Rohstoffe aus dem Kloster ihren Weg zu den Fälschern finden. Wo? Den Hügel rauf am Sarsauer Wald. Sollen wir aufbrechen? Ich muss mehr herausfinden. Wer weiß, ob jetzt überhaupt jemand dort ist. Aber du könntest die Augen offen halten. Falls jemand auftaucht, meine ich. Einverstanden. Okay. Hier. Genau wie bestellt. Beste Grüße. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Bestimmt nicht. Ja, die Beckenhaube, die verdeckt aber auch Sicht, oder nicht? Neue Hufeisen fürs Pferd werden mal angebracht. Ja, beim Pferdehändler waren wir schon ewig nicht mehr. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Bestimmt nicht. Möge Gott über dich wachen. Da, bitte sehr. Auf gute, gesundheit. Weshalb bist du hier? Dann viel Glück. Bei welcher Schenkel sollte ich denn die Augen aufhalten? Da frage ich mich gerade. Achso. Wir können ja einfach mal Florian verfolgen und gucken, ob er dann auftaucht. Da informant ich auch. Ich finde, das schränkt viel zu sehr die Sicht ein. Ich meine, es gibt Mods, die das auch so ein bisschen transparenter machen. Aber was wir ja schon auch öfter besprochen haben, am besten wäre es, wenn man das Visier einfach nach eigenem Ermessen auf- und zuklappen könnte. Also, falls sie einen King-Gekanten zwei machen, das wäre echt eine schöne, simple Änderung. Vor allen Dingen sieht man ja, wenn man die Waffe zieht, klappt da das Visier runter. Aber in den Dialogen hat er es sowieso immer unten. Und gerade in den Dialogen stört das, finde ich, total, wenn du da, naja, durch den Helm sprichst. So, der Typ ist jetzt weg. Das heißt, der könnte bei seiner Arbeit sitzen, wenn er jetzt wirklich da gegangen ist. Sonst sitzt er hier im Hof, hat er gesagt. Also, können wir mal nochmal bei seiner Arbeit vorbeischauen. Ja, Rathman, wenn ich nächstes Mal bei dem besseren Rüstungsschmied bin, dann muss ich mal schauen. Was ist das für ein Typ hier? Der macht sich verdächtig. Da ist er doch, oder? Ist er das? Ja, also, ich weiß ja alles. Ich weiß, dass du Quecksilber für die Fälscher kaufst. Äh, scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Stimmt. Und jetzt sag mir, wo die Werkstatt ist. Sicher, sicher. Das, das wäre wohl das Beste. Also? Ja, reden wir ein anderes Mal drüber. Ähm. Bist du nun bereit zu reden? Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts. Was willst du von mir? Sag mir, wo die Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. In den Skarlitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. Wer ist dein Herr? Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte einst Vinzenz, Graf von Lichtenburg. Nach seinem Tod ging sie an Margraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz' Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz hatte Erben. Ronau fiel nur dem Margrafen zu, weil der sie alle für unrechtmäßig erklärte. Und alles nur, weil Vinzenz nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. Wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jescheks Dienst gelangt? Ich half ihm, aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als dem Henker. Der Scherger eines Briganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht. Solche Dinge weiß ich nicht. Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster, zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon? Im Lager tauchte bisweilen ein ungarischer Adliger auf. Aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Ich denke, ich habe genug gehört. Kann ich dich etwas fragen? Ja. Ich möchte nicht hängen. Das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Gut. Du willst einen ehrbaren Tod? Oh nein. Ich bringe dich in den Kerker und als Fälscher wird dir die härteste Strafe zuteil. Du wirst noch um den Galgen betteln. Ja, so läuft das hier. So. Dann haben wir ja Ulrich um Hilfe. Das könnten wir auch machen. Aber irgendwie, ich traue Ulrich noch nicht so ganz. Aber ich glaube, wir machen das. Wir bitten Ulrich mal um Hilfe. Und hallo Nightfall. Hallo auch an alle anderen, die noch dazugestoßen sind. Machen wir mal kurz eine Pinkelpause. Und ihr könnt mir in der Zeit einen Gefallen tun und dem Stream einen Daumen nach oben geben. Und ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Und ich bin gleich. Und ich bin gleich. Und ich bin gleich. Und ich bin gleich. Was muss ich hier im Chat lesen, dass der Jorke sich nie die Hände wäscht? Ich habe euch das schon oft erklärt. Wer hat einen sauberen Zipfel, muss sich nicht die Hände waschen. Er kann es nämlich lassen. Das war ein sehr unsauberer Reim. Ja. Ja. Ich bin gleich. 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 träger und schwächer. Tag für Tag hast du mehr graue Haare und verlierst an Kraft. Wärst du ein paar Jahre jünger, hättest du mich halbiert und geviertelt, keine Frage. Doch nun, wenn dich ein Grünspann wie ich verbläut, ist das womöglich ein Zeichen, etwas anderes zu tun. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Du bist alt geworden. Ah, wohl wahr. Ich spüre das Alter. Doch was soll ich tun? Du hast doch sicher Geld zum Leben. Oder du trittst ins Kloster ein und tust Buße für deine Sünden. Klinge gegen Kutte tauschen? Für Männer wie mich gibt es keinen Frieden. Nur den Tod. Wie du meinst. Leb wohl, Heinrich. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, Kumpel. Bitte, ich flehe dich an. Bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Du kannst dir gern den Mund fusselig reden, aber nicht hier. Komm jetzt. Gehen wir. Meister Pfeffer freut sich schon sehr, dich kennenzulernen. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Ratei reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er ja etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Ratei. Irgendwie hat mich das, was Ulrich gesagt hat, ein bisschen stutzig gemacht, weil er meinte ja, dass Ratzig quasi, dass man den auch nicht trauen kann. Und was ist, wenn Ratzig die ganze Zeit ein doppeltes Spiel spielt? Was ist denn dann? Und eigentlich der Schmied hier wieder auf? Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling. Der hat immer noch zu, oder? Nein, Meister Otto hat für immer zu. Und hallo Commander, hallo auch an alle anderen, die noch dazu gestoßen sind. So, ich. Was mache ich jetzt als nächstes eigentlich? Vergeltung. Nebenquests. Ein neues Zuhause. Das könnten wir noch machen. Hasenjagd könnten wir machen. Was könnten wir machen? Boah, wenn wir gerade schon mal hier sind, komm, dann fragen wir mal die blöde Johanka, was mit der ist. Auch wenn ich keinen Bock auf Johanka habe. Alter, kommen die Sprecher nicht ganz mit? Was meinst du, Shadow? Heinrich? Ja? Seltsame Träume? Was meinst du damit? Ich träume immer das Gleiche. Mir erscheint... Die heilige Jungfrau Maria. Die heilige Jungfrau? Wirklich? Jawohl. Sie sieht genauso aus wie auf dem Bildnis über dem Altar in Sasau. Ich träume immer, dass ich wieder in Scarletts bin, als noch... Als noch nicht alles. Ich verstehe. Ich stehe am Fuße des Hügels und hinter mir ist die Burg, bei der Brücke, die zu den Trögen für die Erzwäsche führt. Mein Onkel hat dort gearbeitet. Ich bringe ihm Essen und gehe in Richtung Teiche. Und dann wird plötzlich alles dunkel. Ich gehe den felsigen Bach entlang bergauf, bis ich eine große Höhle erreiche. Dann betrete ich ihren finsteren Schlund. Und irgendwo tief im Inneren der Höhle sehe ich... Wen? Wen siehst du dort? Den Teufel. Mit seinen finsteren Augen starrt er mich an. Dann lodern plötzlich überall Flammen. Und ich versuche zu fliehen. Doch ich finde nicht mehr aus der Höhle hinaus. Und hinter mir höre ich den Teufel schrecklich lachen. Irgendwann holt mich dann letzten Endes das Flammenmeer ein und ich sterbe. Dann wache ich auf, spüre noch die Hitze der Flammen und kann nicht mehr einschlafen. Ich kann dann nichts weiter tun, als bis zum Morgen zu beten. Ja, ist doch ein guter Traum. Tschüss. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, hier, Christian hat es geschrieben. Wo ist eigentlich die Alte von Florian? Stimmt, wo ist die Alte von Florian? Die kam gar nicht mehr vor gerade. Hätte man die in der Mine irgendwo finden können, bevor man da hingeht? Die ist jetzt bestimmt tot, oder? Bald ist sie auch entkommen, ich weiß es nicht. Und wo kommt da die Jungfrau Maria ins Spiel? Sie ist an meiner Seite, bis es dunkel wird. Bis etwa zur Höhle begleitet sie mich, aber nicht weiter. Und jede Nacht träumst du das Gleiche? Ja, jede Nacht. Seit das irgendwann einmal angefangen hat. Hast du jemandem davon erzählt? Nein, niemandem außer dir. Ich habe Angst, dass die Menschen mich für verrückt halten. Es klingt schon ein bisschen... Nun ja, verrückt. Ich weiß. Manchmal denke ich genauso. Aber wenn ich dann wieder dauernd träume, denke ich, dass es einen Grund geben muss. Ja, du bist verrückt. Eigentlich würde ich lieber das sagen. Bestimmt. Das können keine gewöhnlichen Träume sein. Ganz genau. Ich bin froh, dass du mich verstehst. Weißt du, ich dachte, dass... dass ich dort hingehen sollte. Aber ich... habe Angst. Und ich kann eh nicht von hier weg. Aber ich frage mich, da du hier bist, ob nicht du dich vielleicht dort für mich umsehen könntest. Du weißt, auf dich aufzupassen. Und du kannst mit Waffen umgehen. Wenn es dir vielleicht hilft, wieder gut zu schlafen, mache ich es. Ich gehe dorthin, aber... was genau soll ich dort eigentlich tun? Ich weiß nicht. Sieh dich dort um. Vielleicht ist da etwas... seltsames, das du mir berichten kannst. Nun gut. Pass auf dich auf und hoffentlich geht es bald aufwärts. mit dir, Matthias und allen anderen. Habt Dank, Heinrich. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Äh... Ja. Höllenschlund. Ist da irgendein Anhaltspunkt? Ah, hier. Ich meine, ich wollte sowieso nach... Hier sind ja ein paar Minen. Ich wollte sowieso nach hier Skarlitz, weil ich gegen Banditen kämpfen wollte. Damit wir noch ein bisschen mehr Kohle haben für... Kribislavitz. Deswegen gehe ich mal schnell reise nach Równa. Oh, shit. Wird das wirklich? Ich... 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 Banditen gegen... Oh... Du magst... Alle gegen mich? Ich... 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 Komm her, du weichei. Oh, das tut doch weh. Scheiße. Ich... Kann ich bitte den anderen anweseln? jesus christus los so mich einmal steht nicht an noch mehr banditen ich verstehe diese k.i. manchmal hier überhaupt nicht mal das hier zum beispiel wieder ja mach irgendwas bitte ja das war ganz merkwürdig so wir mal die teuersten sachen wieder mit ich dachte die fackel also dann nimmt er das schild wieder wenn man die fackel weg legt automatisch das ist ja schon wieder der fernsehkopf ja Ja! Oh! Ja! Ja! Oh! Ja! Ah! Lieber Gott! Oh, ist... So, das ist viel wert hier. Nehmen wir auch mit. Man sieht nicht gerade noch mehr Command doch hier. Kann man auch mitnehmen. Das auch. Jetzt ist er tot. Aha, jetzt ist er tot. Profi aus dem Weg. Ist das die Hellebarde? Damit habe ich noch nie gekämpft. Die müssen wir aber nutzen. Muss ich mal benutzen. Oh, die haben alle sehr viele wertvolle Dinge. Wertvolle Dingis. Oh, das nehmen wir auch mit. Gut. Könnten so einen nasalen Helm mal ausprobieren. Aber der ist nicht mal besser als unser. Das ist die nächste Sache. Dann packen wir mal alles hier... ...ins Pferd. Diese Dinger, die sind natürlich geil, aber... Erstmal finde ich, das passt überhaupt nicht, wenn wir dieses Obergewand anziehen. Diese Oberbekleidung. Aber diese Oberbekleidung... ...die bietet halt auch Schutz, ne? Und, äh, ja. Es nimmt zu viel Sicht weg. So, den ganzen Kram packen wir mal raus. Kann ich mit der Hellebarde auf dem Pferd? Ja, nice. Cool. Alter, wie können wir mal richtig auf dem Pferd kämpfen hier? Das erinnert mich grad voll an Mordhau. Ja, ich muss mal diese Stangenwaffe ausprobieren. Ähm... Tja, reite ich jetzt da einfach hoch? Oder reite ich erst nach Raufna? Ich glaube, ich gehe erst mal nach Raufna. Dort aus dann nach Skarlitz. Einfach gut am Wegesrand. Da ist doch jemand im Gebüsch. Ähm... Was in Gottes Namen machst du da, Wilderer? Hä, dich hab ich doch schon mal laufen lassen. Wovon zum Teufel sprichst du? Ich habe dich den Kadaver schlachten sehen. Ähm... Ich habe untersucht, was passiert ist, damit ich es melden kann. Hm... Gut. Na schön. Du scheinst doch unschuldig zu sein. Gut, dass du es einsiehst. Wir müssen die Sache aber jemandem melden. Leider können wir sonst nicht allzu viel tun. Morgen ist schon wieder ein Turnier. Ach du Scheiße. Ich hätte ja schon Bock, die jetzt anzugreifen. Oh, hier ist ein Grab. Zeig mal Kill Counter bei Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, wo es einen Kill Counter gibt. Alter, das Ohr eines Kumaren haben wir hier. Eine Einbiere. Liebestrank. Ah. Okay. Shit, ich komme ja nicht mehr raus. Doch. Krass, dass schon wieder eine ganze Woche rum ist. Für das Bataya-Turnier. Haben wir doch erst den letzten Stream gemacht. Ja, Commander. Ich bin ja gerade nicht in der Stadt. Und ich wollte ja nur mal hier ausprobieren. Hier gibt es doch bestimmt wieder ein paar Banditen, die nachgespawnt sind. Das will ich mal kurz noch ausprobieren. Deshalb bin ich hier. Ich bin gespannt, was wir beim Turnier auch überhaupt noch gewinnen können. Ah, hier sind wir ja Banditen. Einerseits kommt euch besuchen. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Nimm dich aus wie einen Hasen. Boa, Jeto. Alter, der Hund hat dir ja voll weggewämpft. Scheiße. Das ist ja echt klar. Hast weiche Knie bekommen. Shit. Alter, helle Bahnen sind voll OP, Mann. Juhu, der Hund hat den komplett zerdecht, Mann. Eine Freude. Oh, Jesus. Ja, Jesus. Äh, zum Kill-Counter übrigens, ne. Wer gerade gefragt hat, Dragler. Ich glaube, du warst das. Ich habe gerade achievement bekommen. Töte 200 Menschen. Ah shit, ich hänge fest. Der Hund, alter. Der hat dir gerade so fettig gemacht. Ah shit, ey. Äh, ja. Können auch die ganz leichten Sachen mitnehmen. Und die schwarze, enge Hose. Ja komm, wir nehmen einfach alles. Das über 400 ist mit und fertig. Aber wegen der Weg nicht viel, das können wir nehmen. Und die Streit-Axt. Das war echt krass, also die helle Bahnen sind verdammt gut. Das ist der wahre Weg, um Gruppenkämpfe zu machen. 196 Unschuldige, Metzger und vier Banditen. Ja, das stimmt. Alle Banditen, die wir getötet haben, waren eigentlich Metzger. Shit, jetzt wird es hier echt düster. Kann ich keine Fackel benutzen. Ich will doch weiter Leute schnetzeln. Neuer Plötze. Der Hund hat bestimmt 50 gekillt. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann in die Dings mit rein zählt. In die Statistik. Kann ich da oben eigentlich auch noch lang? Ja. Oh Pferd, nein. Einfach die helle Bade anzünden. Ja, mit Öl beträufeln und dann anzünden. Dann sind wir wirklich die Rache. Die Rache Gottes. Ah, leider kann ich hier gar nicht lang. Der Zorn Gottes. Der Zorn Inus. Hm. Der Ohr. Das ist so geil, dass das Ding Ohrlöffel heißt. Ich will weiter mit dem Ohrlöffel kämpfen. Brauchst du mich anzünden, ist ja schließlich eine helle Bade. Ha. Und keine dunkle. Du hast mit dem Stock gerade aber gut kassiert. Mit dem Stock. Ja. Ja. Brauche ich gut kassiert. Ich bin doch fit und munter. Hast du noch einen Trank der Nachtsicht bei dir? Weiß ich nicht. Mal gucken. Was habe. Wie heißt der denn? Bekannter Trank? Liebes Trank? Block. Glaube nicht. Ja. Ja, dann müssen wir wohl ein bisschen im Dunkeln. Hinter mir die Burg. Die Brücke zu den Teichen. Sieht nach dem Ort aus, den Johanka beschrieb. Was hat sie gesagt? Ich muss zu den Erzwäschetröten. Oh, jetzt wird er mich aber da langführen. Ich glaube, das Rataia-Turnier lassen wir diesmal ausfallen. Das kann man ja eh wiederholen, oder? Obwohl. Hatte der Hund nicht gecarried? Ach, Quatsch, Bodo. Ich hätte alle weggeschnetzelt. Jetzt hör auf, den Hund hier zu loben. Ich muss leider den Ohrlöffel hier lassen. Damit wir ein bisschen was sehen. Oder wir warten einfach und scheißen auf das Turnier wirklich. Ja, das Turnier können wir immer machen. Das, äh, machen wir später. Ich warte dann jetzt einfach, bis es hell ist. Aber der Hund hat echt heftig übertrieben. Der hatte ja... Also ich habe das vorher noch nie so extrem gesehen, dass er diese Ragdoll-Attacken gemacht hat. Vielleicht schaffen wir es ja noch, äh, danach nach Rataia. Ich habe keine Ahnung. Und wir folgen mal einfach dem Weg, würde ich sagen. Haben, ich habe einen komanischen Bogen. Und die helle Bade werde ich nicht immer nehmen. Die will ich jetzt nochmal ausprobieren einfach. Was hat die jetzt noch gesagt? Ich sollte zu den Hörgelegenen Teichen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Wahrscheinlich dann hier, ne? Das sieht mir nach Teich aus. Plötze, komm ran. Alter, hier ist ja eine Höhle. Muss ich hier einmal rein. Musste den Ohrlöffel leider zurücklassen. Man könnte fast denken, es wäre ein Horrorspiel, wenn die fröhliche Musik nicht wäre. Der Fackelbeauftragte war hier. Alter, hier geht es ja mega tief rein. Wird hier doch nie wieder rausfinden. Was? Muss ich gucken, was da oben ist. Da unten wartet der Balrog. Ich hoffe es. Okay, ist das jetzt einfach nur ein alternativer Weg? Eigentlich wäre es unten weitergegangen. Toll, jetzt kann ich die Truhe nicht mal knacken. Oh, scheiße. Wo zum Göger bin ich hier überhaupt? Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Alter, wie hoch geht das denn jetzt hier? Also ich finde es sehr cool, dass man hier reingehen kann, aber ich bin einfach nur maximal verwirrt gerade. Weil wir sind doch eigentlich nur gerade ausgelaufen. Jetzt klettern wir die ganze Zeit hoch. Wo kommen wir denn gleich raus? Ja, wir werden jetzt hier nie wieder rausfinden, Leute. Obwohl, da oben habe ich gerade Licht gesehen. Das ist quasi die Mod von gestern, wo wir jetzt in der freien Mine, äh, in der alten Mine gefangen sind. Die Mine-Mod. Ich bin so gespannt, wo wir jetzt hier sind. Und jetzt ist da oben eine verschlossene Tür und wir müssen den ganzen Weg zurück. Und ich habe meinen Ohrlöffel verloren. Das ist wohl mit Abstand das Schlimmste an der Sache. Dort halte ich eigentlich die Fackel, wenn er klettert, in der Hand. Er kann beides. Halten und klettern. Ja, Kelzo, das war mal wieder ein, äh, sehr gelungener Spoiler. So, da oben sind ja die Teiche. Los, Heinrich, sag was. Okay, Commander, das erklärt's. Ja, dann, äh, schauen wir mal. Dass sich Heinrich das alles gemerkt hat. Ich hab's mir nicht gemerkt. Groß Plötze! Ja! Ja! Vielleicht dann doch hier? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht rate ich dann eher hier mal hin, so. vom anderen Bach. Ich glaube, ich muss zur Stelle, wo sich der Bach teilt, ne? Wie der Hund da im Wasser sitzt. Felsiger Bach. Mal sehen, wohin er führt. Ja, okay. Ja. Das ist ja doof, dass man genau zu dem Punkt gehen muss. Ah, da oben ist ein Eingang. Bin ich hier richtig? Ist das alles? Ich dachte, da soll eine große Höhle sein. Vielleicht ist das Inn, vielleicht ist das Inn weitläufiger. Da liegt ne Leiche. Ähm. Kann ich den nicht? Oh Gott, der Arme. Zweifellos wollte er beim Angriff auf Scarletts Alarm schlagen. Die Schweine erwischten ihn. Also wenn das beim Scarletts Alarm war, dann ist das schon ein bisschen, ist auch unrealistisch, dass er hier noch so in so einem Zustand liegt, oder? Speichern mal. Himmel, hilf, was stinkt hier so? Vielleicht bist du es. Vielleicht solltest du wieder in deinem Badehaus. Scheiße. Äh. Das ist jetzt ganz schön brutal. Das war es wieder mit dem familienfreundlichen Stream. Keine Ahnung, Bodo. Ich hab so viel Gerümpel dabei, dass mich dieses Schwert da jetzt nicht so interessiert hat. Ich kann es aber gerne mal aufheben und proben. Ja, 100. Ist jetzt nicht so viel, aber jetzt hab ich es schon in der Tasche. Jetzt können wir es auch mitnehmen. Die Aussicht hier ist so geil, ne? Ja. 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 Und das etwa böse Buben? Hallo, Osa, die Böse. Merkwürdig. Hier scheint irgendjemand zu leben. Hier stimmt doch etwas nicht. All die Leichen dort unten. Hey. Du willst hier stehen, nicht wahr? Skarlitzer Waffenknüpp. Aber die haben so einen komischen Schild mit dem Teufel drauf. Und das ist so ein komischen Schild. 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 Was war das denn? Nein! Mann, ich konnte nicht schnell genug... Warum in Gottes Namen bist du hier? Beim Angriff auf Skarlitz floh ich hierher. Und nun halte ich die Stellung, bis der Herr zurückkehrt. Ah, du gehörst zur Skarlitzer Garnison. Ja. Bist du blind oder taub? Du dachtest wohl, dass niemand hier ist und wolltest plündern, habe ich recht? Tja, falsch gedacht, du diebische Älster. Du wirst meine Klinge spüren. Einen Augenblick. Ich bin aus Skarlitz und kenne die Wachen. Aber dich kenne ich nicht. Du kannst nicht aus Skarlitz sein. Ich hab dich noch nie gesehen. Ha! Du weißt doch bestimmt, wie die Müllers Tochter heißt, oder? Jitka. Teresa heißt sie, du Lügenbold. Gut. Du hast gewonnen. Ich wollte mich hier nur verstecken. Nach allem, was passiert ist, sucht hier sicher niemand nach mir. Wer hat dich geschickt? Jolen von Rocketsan? Weil ich seinen Sohn getötet habe? Nein. Heimann von Iglau? Seit ich bei ihm geplündert habe, hat er es auf mich abgesehen. Ich wurde von keinem Heimann geschickt. Oh Mist, dann ist es ernst. Du dienst Herrn Sokol, dessen Männer ich einst im Stich gelassen habe. Als der Bischof von Olmütz hinter ihm her war, oder? Ich kenne keinen Herrn Sokol. Wer zum Teufel hat dich dann geschickt? Spuck's aus, sonst hack ich dich in Stücke. Äh, Johanka war es. Welche Johanka denn? Aus Sasao. Wegen einer Vision. Einem Traum. Was? Seit Wochen verstecke ich mich vor üblen Raubeinen. Und dann findest du mich wegen dem Traum eines Weibs? Äh, ja. So einfach. Tja, so ein Pech aber auch. Moment. Die Leichen in der Mine... Warst du das etwa? Ja. Die Leute liefen mir über den Weg und ich brachte sie zum Schweigen. Einige von ihnen bescherten mir fette Beute. Du wirst dich auch gleich zu ihnen gesellen. Keine Sorge. Und nach deiner Johanka sollte ich vielleicht auch suchen. Jetzt wirst du geläutert. Wer ist das? Profi macht ihn alleine fällig, weißt du? Was zur Hölle, ey? Nein. Ich find das immer so geil, wenn die Leute mir dann schreiben so, also das Kampfsystem find ich ist eins der besten. Da gibt's nie Bugs und es ist immer fair. Häufig steht nicht mehr mit. So. Oh, da ist noch ein anderer Bandit, ne? Wer ist da? Ich bin da. Rufi, mach ihn fällig. Verdammt! Jesus! So, das nehmen wir auch mit. Äh, ja. So, hat der noch einen Schlüssel dabei? Habe ich nicht gesehen. Ein Schild von Herrn Ratzichs Garnision. Komisch. Wo ist denn seine Truhe hier? Ah, hier. Humanen Ohren. Ohren. Aber wenn ich das alles verkaufe, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen, äh, Kohle. Mein Gott, das ist ja ein richtiger Schatz. Feine Kleider, Rüstung, Waffen, fette Beute und ein Helm mit Gesichtsplatte. Humanisch. Scheint den Leuten gehört zu haben, die jetzt unten liegen. Ja, das ist, äh, interessant. Wer war er hier? War das ein Komplize? Er ist einfach nur aus Zufall hier aufgetaucht. So, ähm. Schmeißen wir die Sachen auch mal raus hier? Was, ich bin immer noch überladen. Was ist denn das wertloseste Schwert, was ich mir rausschmeißen kann? Obwohl, ich kann ja auch was ins Pferd machen. Wir haben hier noch diese Axt. Pferd hier noch und Pferd Schild. Schön, schön. Ja, Cloud, ich nehme einfach das wertvollste mit. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt wieder richtig Geld zur Orgen haben. Wir haben ja schon wieder 13k und wenn wir das jetzt alles verkaufen, dann haben wir bestimmt nochmal 15. Ich habe richtig viel dabei. So, da können wir jetzt wohl Johanka Bescheid geben. Ähm. Was sagt eigentlich die Uhr? Äh, ich glaube... Meint ihr, wir schaffen das noch nach Ratai? Nee, ne? Egal, scheiß aufs Turnier. Machen einfach diesmal nicht das Turnier. Alter, Ultraspeedrun hier wieder. Oh, dieses Kampfsystem. Oh, du hast reiche Knie. Na komm schon, du Hurensoor. Du bist... Ja, das ist ein Ende. Lieber Gott! Du musst doch den Titel verteidigen. Ja, aber da müsste ich jetzt selber reiten. Ja. Da müsste ich selber reiten, weil es geht schneller, ne? Also, da müsste ich hier... Weil ich glaube, wenn ich es so mache, dann nimmt er ja die größten Umwege hier auch, ne? Müsste ich selber reiten und dann... Weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Ich glaube, 16 Uhr kann man sich anmelden, ne? Ja. Ja. Geht schon. Ja, wir können es ja probieren. Ich will ja auch Johanka später Bescheid sagen. Und in Ratai kann ich dann auch direkt Sachen verkaufen. Und wir müssen ja wegen der Hauptquest sowieso nach Ratai, also... Wir haben ja die Quest fertig. Johanka läuft ja nicht weg. Shit, gibt es hier einen Weg? Oder da ist ein Weg, so. Das ist perfekt. Voll das coole Gebiet hier. So sumpfig. Witcher werden jetzt schon hier die Ertrunkenen rausgekommen. Also übrigens, wenn wir Kingdom Come irgendwann durchhaben, dann wollte ich die ganze Witcher-Reihe durchspielen. Ich denke, das wird auch ein cooles Projekt. Dann nehmen wir uns ganz viel Zeit, spielen Witcher 1, 2, 3 durch. Da habe ich auch Bock drauf. Das wäre dann auch ein langes Projekt. Ja, Tim, für die Spielwelt, die kann man nur loben. Die Spielwelt ist ganz klar echt eine 10 vor 10. Einfach ein Traum. Ja, bis Witcher 3 kommt, wird es ja ein bisschen dauern, ne? Erstmal Witcher 1 und 2. Witcher 1 habe ich nie wirklich gespielt. Witcher 2 habe ich sogar zweimal durchgespielt. Witcher 3 habe ich auch zweimal durchgespielt. Aber das war alles vor YouTube. Ist auch schon ewig her, dass ich diese Spiele gespielt habe. Und bei Witcher 1 hat mich über das Kampfsystem abgeschreckt. Aber wenn man dann vielleicht drin ist, dann... Weht das vielleicht was. Ich gucke mal, ich nehme mal die unnatürlichsten Wege hier. Doch, die Uhr. Aber doch, das schaffen wir locker. Denke ich. Ja. Ja, die Zeit rennt wie verrückt, TK. Mein Vater hat mir immer gesagt, je älter du wirst, desto schneller läuft die Zeit. Und ich kann das irgendwie absolut nachvollziehen. Früher als junger Bursche dachte man sich auch immer... Ach, was erzählt der alte Mann? Aber er hat sowas von Recht. Je älter man wird, desto schneller rennt. Alles. So, da vorne ist doch schon gerade Teil. Sind wir eigentlich nicht voll müde? Wie geht das eigentlich? Ich fühle schon 100 Jahre nicht mehr... ...schlafen. Jetzt bin ich nur gerade verwirrt. Ne, hier ist die Brücke. Ja! Ja, Stefan, mein Bruder hat mir auch gesagt, dass Witcher 1 von der Atmosphäre und so. Richtig geil ist. Und die Story halt auch. Aber, ja, das Kampfsystem, da muss man sich reinfuchsen. Aber das ist ja... Ganz ehrlich. Bei King den Kampf dachte ich auch in den ersten zwei Streams, alter, wie soll ich hier überhaupt jemals klarkommen. Und dann ab dem dritten Stream ging es ja dann auch. Ob wir diesmal eine Waffe bekommen, wenn wir jetzt gewinnen? Oh, shit. Oh, shit. Gott segne dich. Das betrübt dich. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanusch's Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Sicher? Hier, bitte. Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Und ich muss wissen, welche Waffe du wählst. Was nehmen wir denn? Weiß ich nicht. Kurzschwert mal wieder. Kurzschwert und Schild. Auf jeden Fall. Gut. Mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Möge Gott mit dir sein. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun... Heinrich aus Galitz. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Pavel, genannt Rehbock. Aus der Gardison von Herrn Sebastian vom Berg. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Hallo Skribi, hallo auch an alle anderen. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Gah! Alter, ein leichter Kick. Jetzt sehen wir mal wieder ein paar andere Moves. Uh, der hat gesessen. Easy peasy. Die erste Kampfrunde ist beendet und der Sieger ist... Heinrich aus Galitz. Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Das wäre schön. Guck mal! Ja, 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 ja. Der Sieger des zweiten Kampfes steht fest. Es ist Heinrich aus Galitz. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. In dieser Runde beweist seinen Mut Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig-Kobilla. Und mit ihm im Kampfe misst sich Thaddeus, Befehlshaber der Thallenberger Wache. Thaddeus. Heißt die Kämpfer willkommen. Der gute Thaddeus. Er hat sogar eine Nase wie Thaddeus. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Scheiße! Zack! Scheiße! 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 Wer hat mich gekontert? Ja, die Kombos ist immer so eine Sache. Oh, komm ran jetzt. Ja, die Kombos ist immer so eine Sache. Irgendwie spiele ich die ganze Zeit voll mit dem, der kann gar nichts machen. Der Sieger des ersten Kampfes ist Heinrich aus Gallitz. Nun gilt es die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Verdammte Scheiße! Ich habe seine Nase gebrochen. Jo, Alter. Ich komme gerade gar nicht ausweichen. Was sehe ich, Kumpel? Mal gucken, ob ich nur mit Ausweichen gewinnen kann. Aber auch Spaß gerade. Weil dann wäre ich es ja selbst gekontert. Verdammt! Das ist doch auch effektiv, ne? Kann man auch machen. Der Sieger des zweiten Kampfes steht fest. Es ist Heinrich aus Gallitz. Als Sieger dieser Runde erreicht er die nächste Runde. Die Turniere wären interessanter, wenn in jeder Stadt was wäre. Die Turniere wären interessanter, wenn in jeder Stadt was wäre. Niemand heißt auch sich willkommen. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Gibt's denn schon auch? Ja. Scheiß Kerl! Diese Stöhnen, Alter. Junge! Verdammt! Gah! Ah, Junge! Komisch, wenn er dann so eine Kombo macht. Ich glaube, dann kann ich manchmal gar nicht ausweichen, ne? Seit wann dodged er? Ach, einfach grad zur Abwechslung. Dodgen ist ja einfach. Das ist ja easy peasy, aber einfach weil ich diese anderen Animationen schon tausend Mal gesehen habe. Ich wollte einfach gucken, wie effektiv das ist. Aber, Junge, Gegenattacken sind einfach effektiver. Ja. Was ist los? Keine Eier mehr? Wo klingt der denn jetzt hin? Oh je! Hat das wehgetan? Oh! 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 Oh, nicht! Oh! 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 Oh, was! Kannst du jetzt einfach bitte sterben, Kumpel? Waffen wechseln für den zweiten Kampf! Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern! Gottverdammt! Auf'n Dütz! Ich muss diese Stöhne, Alter! Ja! Das ist mein Ernst! Aber diese Gegner, die sind schon besser, also die parieren ja ein oder die kontern einen ja auch dann ständig, wenn man nicht aufpasst, ne? Oder die machen halt Kombos oder so. Was ich auch nicht verstehe? Achso, ich muss mit Tab das festsetzen. Ich finde halt mit der Maus das manchmal so blöd mit der Richtungsbestimmung. Also wenn man Kombos machen will zum Beispiel. Ich spiele auch gerade mit relativ hoher Mausempfindlichkeit, aber trotzdem, ich finde Kombos viel zu schwierig mit der Maus, also für mich. Dann wird ja auch oft die erste Attacke einfach sowieso ausgewichten oder gekontert. Da bleibe ich dann lieber bei der altbekannten Methode. Das ist am effektivsten für mich. Der Sieger des zweiten Kampfes ist Heinrich aus Galitz! Weil ich versuche immer mit der Maus in die eine Richtung zu gehen. Werte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leipa unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzich Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Ich versuche halt in die Richtung zu gehen mit der Maus, ich habe auch ein riesen Mauspad hier und versuche extrem die Richtung zu gehen, aber es klappt trotzdem nicht. Also die Dreierkombinationen habe ich ein paar mal hinbekommen, aber immer nur so einfache, wo auch Stich involviert ist und die anderen, ach da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Hätte ich bestimmt nie hinbekommen. Was für ein Spektakel! Hier ist eine hart verdiente Belohnung! Hab Dank Herr Hanusch! Dankeschön! So, was ist denn das für eine Axt? Die ist ja nicht mal besser als unsere, alte. Ein Jammer! Ein Jammer! Hast du auch ein bisschen Geld? Gütiger Gott! Du siehst furchtbar aus! Hat dich jemand angegriffen? Ja, ich war gerade beim Turnier. Es heißt, ein Pilger habe Bruchstücke eines heiligen Schwertes verkauft. Er kam nicht zufällig hier vorbei. Darüber habe ich nichts gehört. Ach ja? Ja. Willst du mich einen Lügner schimpfen? Ja. Tatsächlich will ich das. Aber der hat jetzt nicht so viel, aber ich könnte ihm zumindest ein paar Sachen verkaufen. wie zum Beispiel das hier. Das und das und das und das Teufelsschild. Keine Ahnung, ob ich das noch links zeigen muss. Manker. Ich lass es mal. Das wollte ich noch benutzen. Äh... Kann auch noch weg. Passt es, ja. Lass uns über den Preis sprechen. Hm. Ist gut. So. Ja. Bei dem Betrag kommen wir zusammen. Weiß. Mal gucken, ob der Rüstungshändler da unten einen Kohle hat. Ja, Absol. Ich glaube, dass das sehr befriedigend ist. Ich finde es halt mit der Maus ultra schwierig, weil... Du musst ja erstmal einen Treffer landen und das ist schon schwierig bei diesen besseren Gegnern. Einen Treffer überhaupt zu landen. Einen normalen Schlag. Ich müsste das eigentlich mal bei so Banditen oder so testen. Weil diese Turnierkämpfer, die kontern einen oder weichen aus, ne? Oder blocken einfach. So. Was haben wir denn hier? Das müsste ich eigentlich auch mal rausnehmen. Können wir nach Neuhof gehen und uns anderes Zeugs kaufen. Unser Pferdchen. Ähm. Das können wir auch noch verticken. Ich hoffe, der ist ill, der Typ. Wir sind so überladen. Schönen Tag. So, außer Geld? Er hat gar nicht so viel Geld. Schade. Naja, dann ist das wohl so. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. In Ordnung. Jetzt werde ich schon wieder nicht alles los. Kommt und schlagt zu. Mit Brot allein kann man nicht leben, aber ohne auch nicht. Zwiebeln scharf wie ein Schwert. Und Knoblauch, der böse Geister vertreibt. Mit Salz, Kümmel, Knoblauch und mehr. Das gibt's nur hier. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Es heißt, ein Pilger habe dir ein Bruchstück eines seltenen Schwertes verkauft. Ich hätte Interesse daran. Hat der Pfusch aus Sasau dich geschickt? Wieso? Wieso? Weil keines für ihn übrig war und er auch eines will. Aber er hat Pech. Ich habe ein Stück, aber nie im Leben würde ich es verkaufen. Und es gibt keine... Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, nie im Leben. Ja, aber der Krämer, ich weiß gar nicht, ob der so viel Geld hat hier. Ich habe nie mit dem Krämer hier gehandelt, ne? Auch bald. Ähm... So, diese Sachen können weg. Ich könnte den anderen gleich nochmal alles reparieren lassen. Habe ich ja gar nichts zum Verkaufen, ne? So... Lässt sich was am Preis machen? Hm... Ist gut. Glaube ich nicht, Cloud. Die hatten ja auch nicht so viel. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Wo ist denn hier der Krämer überhaupt? Ach, hier vorne direkt. Alles fürs Haus, den Garten und das Feld. Messer, Äxte, Rechen... Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Alter Maul. Lebe wohl. Ja, der hat ja gar nichts. Mal gucken, was der, äh... der Lord Hagen hier hat. Ja, die in Neuhof... Wonach suchst du? Die in Neuhof, die, ähm... Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ja, Cloud schon klar, aber ich wollte auch gucken, was der hat. Auf bald. So... Ja, guck mal, der hat auch nichts. 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 Nicht gut. Ich hab bald nie mit dem gehandelt, ne? Nun, versuchen wir's. Ja, komm, ach so, der hat ja gar nicht. Nehmen wir einfach. Hier. Und, äh... Etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Ja, das weiß ich auch nicht, strange. Vor allen Dingen, ähm, ist der ja auch ganz schön weit weg. Aber wir können mal nach... ...nach... 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 ...links hier. Neuhof. Gucken. Achso, ich trag zu viel. Warte mal, auf dem Pferd kann ich auch nicht schnell reisen, ne? Wenn ich zu viel trage, oder? Äh, das ist auch so ein bisschen unnötig. Weil ich... ... bin doch auf dem Pferd. Hast du schon einen Händler für dein Dorf? Ich hab schon den Rüstungsschmied für mein Dorf. Ja, Klauter bin ich aber ja auch grad nicht, ne? Heimberg ist ja auch ein bisschen weit weg, ne? Warte mal, ist die Aldi hier? Okay. Welche von denen war das denn? Ich glaub ich muss mal warten... ...bis... ...zum nächsten Tag. Den konntest du noch fragen, ob er nach Pravelislawitz kommt? In Hagen? Achso, ich dachte ich konnte irgendwas bei denen kaufen für Pravelislawitz. Ja, muss gleich nochmal gucken. Muss ja eh gleich zurück nach Ratai wegen Ranzig. Das sind die Aldi hier? Ne, das sind dort. Also. Kauft die überhaupt Rüstung? Gott schütze dich. Oh. Hättest du jemanden, der in Pravelislawitz als Stallbursche für mich arbeiten könnte? Hm. Kann schon sein. Aber wir kommen nach dem Überfall gerade erst wieder auf die Beine und ich brauche meine Leute. Wobei... Mark... ...dem könnte es gut tun. Er ist nicht mehr er selbst und starrt ständig auf den Boden. Als würde er noch die toten Pferde sehen. Ich fürchte hier zu sein ist nicht gut für ihn. Aber ich kann ihn niemandem anvertrauen. Sei unbesorgt, ich werde mich um ihn kümmern. Und ich brauche wirklich dringend einen Pferdekennner. Es wird ihn aufmuntern, diese Geister hinter sich zu lassen und sich wieder um die Pferde zu kümmern. Ist ein kluger Bursche und liebt diese Tiere. Aber wer übernimmt seine Arbeit hier? Ich kann mir keine neuen Arbeiter leisten. Junge, dieser... Dieser Typ im Hintergrund. Du weißt, dass es das Beste für Mark wäre. Nach dem, was du sagst, könnte er hier seinen Verstand verlieren. Oh je. Es wird ohne ihn schwierig werden, aber du hast recht. Nun gut. Du hast mein Einverständnis. Mark kann mit dir gehen, wenn er denn will. Übrigens... Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Wir haben das Geld bitter nötig. Hast du dich umgesehen? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. Dann sieh dich in den Stellen um. Gott schütze dich. Ich wollte eigentlich nur handeln. Auf bald. So, wir können mal diese ganzen Sachen hier nehmen. Die hat auch nicht viel. Aber der kann nicht wirklich Rüstung verkaufen. Dann machen wir jetzt einen schönen teuren Einkauf. Das... Wir kaufen mal alles neu. Das Pferd. So. Ich will... Was geiles. Goldene Sporn haben wir. Das will ich haben. Das will ich haben. Das will ich haben. Dann will ich... Eine edle Decke haben. Grüne Decke? Warum nicht mal eine grüne? So und dafür verkaufen wir den ganzen Krams an dich. Ich will das Zeug ja auch los. Edle Hufeisen. Ach... Hatte ich schon edle Hufeisen? Hey, die kaufe ich. Sind denn diese anderen Dinger? Habe ich die nicht gerade in mein Inventar getan? Oder ist das bei Sonstiges? Achso, nee. Das kann ich da ruhig auch rein machen. So... Schön. Und ich kaufe wirklich alles. Ja, nice. Ab ins Pferd. Wunderschön. Nice. Schönes Ding, Plötze. Ich bin begeistert. So. Dann... Finden wir nach Artei zurück. Und... Genau, ich wollte noch mit Hagen nochmal sprechen. Und Hagen wird das Dorf wirklich aufwerten. Ich fand's immer so schade, dass man bei Bernhard... Äh... Warte mal, war das überhaupt Bernhard? Schon wieder seinen Namen vergessen. Dass ich hier... Doch, Bernhard. Dass ich, äh... Ihn, äh... Besiegen kann, aber ich habe keinen extra Dialog. Das wäre echt... Cool gewesen. Park suchen? Nee, wir haben doch noch nicht mal einen Stall. Wir haben doch... In unserem Dorf haben wir noch nicht mal einen Stall. Wofür brauche ich denn einen Stall, Burschen? Rot wäre schon geiler gewesen. Wir hatten doch ganze Zeit rot. Mal auch mal Tapetenwechsel, Leute. Allmächtiger. Ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Sei leise, Junge. Ich brauche einen erfahrenen Händler, der beim Wiederaufbau von Primuslawitz hilft. Wie würde es dir dort gefallen? Hahahaha. 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 Moment. Du meinst das wirklich ernst? Ähm. Ja. Du willst, dass ich aufgebe? Was ich mir hier jahrelang aufgebaut habe? Ich wäre ein Narrbürschchen. Nein. Nein. Du musst jemand anders finden, der sich mit Zahlen, Gewichten und Maßen auskennt. Gott behüt dich. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, dann halt nicht. So, dann gehen wir jetzt kurz ins Badehaus und dann gehen wir zu Theresa. Statt im schlauen Buch nicht, dass Stahl nicht kompatibel ist mit Wachhaus. Dann machen wir lieber ein Wachhaus. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Gott schütze dich. Achso, du bist gar nicht die Richtige. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werte Herr Ritter. Benötigst du etwas? Machen wir mal sauber, bitte. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Aha. Und was darf's sein? Äh, ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Natürlich. Aber zuerst das Geld. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Mach's gut. Da lassen sich aber wieder Zeit hier. Mann, 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 Mann. Ich muss sagen, ich mag mein grünes Pferd. Ja. Grün mit Weiß. Ziemlich nice. Na, Junge. Kommt jetzt wieder. Wie wär's mit der Wette? Ich habe etwas für dich. Die habe ich von Onkel Pesek. Aber treib damit bloß kein Schindloder. Ähm, Dietrich? Du weißt aber schon, was man mit denen macht, oder? Lass dich bloß nicht erwischen. Ja, danke. Danke. Ich hab was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Danke. Würde ich dich nicht kennen, würde mir die Rüstung ganz schön Angst machen. Zurecht. Möchtest du nach Pabislavitz? Nee, ne? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Heinrich, lass uns was spielen. Was denn? Ein Ratespiel. Ich habe heute etwas bei mir und du musst erraten, was es ist. Schlechte Manieren. Nun gut. Aber du musst mir einen Hinweis geben. Abgemacht. Hier ist der Hinweis. Man findet es in einer Schenke. Eine Wurst? Ist es Bier? Ich habe es dir zu leicht gemacht, nicht wahr? Bier ist es also. Gib her das kühle Nass. Einen Augenblick. Ist dir übrigens schon wieder dreckig? Da du richtig geraten hast, darfst du wählen. Entweder du nimmst das Bier oder ... Oder ich offenbare dir eine Familienweisheit meines Großvaters. Ja, gib mir die Weisheit. Bier kann ich selber kaufen. Die Qual der Wahl. Nun gut. Ich wähle die Weisheit. Dann spitzt die Ohren. Meine Ohren sind gespitzt. Ganz, ganz sicher? Mach's nicht so spannend. Spuck's schon aus. Nun gut. Hör genau hin. Dies ist eine Familienweisheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn dir jemand ein Bier anbietet ... Greif zu! Hahaha! Hahaha! Hm. Das war's? Na schön, ich habe mich reinlegen lassen. Nicht schlecht. Hahaha! Aber jetzt bist du etwas weiser. Ich denke, für heute ist das genug mit Weisheiten. Mein Bier und ich, wir müssen nach Hause. Möchtest du uns begleiten? Gewiss doch. Ein solch liebreizendes Paar lasse ich nicht allein. Sofort Schluss machen. Also dann, Heinrich. Leg wohl. Wir haben die letzten zwei Male, als wir uns getroffen haben, nicht mehr ... Du weißt schon was gemacht. Ich glaube, die Beziehung läuft nicht so gut. Naja. Ja, und mit den anderen Scarletzern können wir noch sprechen, wenn wir unser Dorf aufgebaut haben. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu ... Obwohl, nee, warte mal. Wir gehen jetzt erstmal ... Hm. Gehe ich jetzt zurück ... ... zur Mubila? Ja, komm. Und jetzt betrinkt sie sich allein im Bett oder was? Absolut witzlos. Tja. Frauen, was? Ha! Frauen! Achso, ich bin falsch. Ja. Hier ... ... just looks like ... 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 Wer wird von einem Bier schon betrunken? Du, Commander. Weil du gefragt hast. Hallo, Heinrich. Hallo. Da ist er, ja. Gute Arbeit, Heinrich. Danke. Vielen Dank, Herr. Ich würde dir gern etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Was immer du befehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm heraus zu prügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Jetzt muss ich extra zu Bernhard? Herr, meine Untersuchungen führten mich zurück nach Scarlet's und ich stieß dort auf einen Mörder. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich mich um den Schuft gekümmert habe, Herr. Er griff mich an und zog dabei den Kürzeren. Der Kerl wird niemanden mehr nach dem Leben trachten. Das war tapfer von dir, Heinrich. Hab Dank. Wie ich sehe, leistest du in meinen Diensten gute Arbeit. Kürzlich schickte ich Männer dorthin, die jedoch nie zurückkehrten. Kommander, dann verstehe ich deinen ersten Kommentar noch weniger. Aber wer bin ich schon, um die Kommentare von der Zuschauer infrage zu stellen? Jetzt muss ich echt zum Bernhard. Ja, warum so langsam? Komm, wir verprügeln ihn einmal. Einfach, weil wir es können. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspurig. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Lass uns anfangen. Boah, lass einen Faustkampf machen. Wie wär's mit einem Faustkampf? Du überraschst mich. Aber ja, warum nicht? Das könnte dir das Leben retten. Schwerter können abstumpfen. Stangenwaffen brechen. Dann musst du dich auf deine Fäuste verlassen können. Aber das wird ein langer Faustkampf, oder? Ich glaube, es wird ein langer Faustkampf, oder? Verflucht. Wirp. Wirp. Wir kriegen ja gar keinen Schaden. Warum kriegt der keinen Schaden? Kann man den nicht besiegen? Du packst, schubst immer nur? Das macht Schaden, Junge. Falls du noch nie einen anderen Faustkampf gesehen hast, Cloud. Das macht normalerweise am meisten Schaden. ist, was? was 10 bis 15 schläge in folge wie soll man das denn schaffen ich glaube nicht dass ich das machen will wir machen schon den schlüssel zu jessex zelle bitte also lässt er hat sich im seinen willen hätte mich die antworten aus ihm heraus prügeln lassen sollen nimm es nicht persönlich vermutlich will er mich sprechen weil er denkt er kann mich täuschen aber da hat er sich geschnitten vermassel es bloß nicht hier ist der schlüssel erst verprügeln und dann schlüssel der kopf sieht immer so falsch aus nur wenn man falsche gedanken hat also schäm dich kehl so in die stille ecke mit dir wir können das mal speichern wo ist denn der turm hier verstehe gerade nicht wo der sein soll hier das hier überhaupt gott sei mit ihr heinrich er sieht doch wirklich genauso aus wie dieser ich habe ich habe jetzt vergessen ist das lafa oder als dieser koch wenn es deine vorstellung von ehre ist in einem feuchten kerker mit einem verurteilten zu reden sie ist doch so in den augen deines herrn wirst du derjenige sein der eine verschwörung gegen den könig aufgedeckt hat so etwas passiert nicht jeden tag mir kam aber auch der gedanke dass ich etwas für meine mithilfe bekommen könnte immerhin bin ich derjenige den der markgraf zu unrecht zur geißel des landes erklärte und aus mehreren verbannte sie schleiften sogar meine schöne burg die not zu überleben zwang mich all diese dinge zu tun ja johann lafa das ist er willst du etwa die autorität des markgrafen in frage stellen ich war der krone gegenüber stets loyal was hätte ich tun sollen als der markgraf mein lehen stahl deshalb sind wir nicht hier dein streit mit dem markgrafen kümmert mich nicht nur deine verbrechen gegen die krone der gegenüber du doch so loyal bist gut frag mich was du willst ich werde mich nicht widersetzen ich will in erster linie wissen wer hinter all dem steckt für wen habt ihr diese münzen hergestellt du denkst alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen ich will dich nicht beleidigen aber eine person allein bringt das nicht fertig na gut es fing damit an dass ich pleite war wie immer also ließ ich mich von diesen pressern in sarsau anheuern anheuern wozu ich habe nicht allzu viele fragen gestellt in diesem geschäft ist das keine gute idee aber als sie erfuhren dass ich kein niemand war übertrugen sie mir die leitung fürs fälschen ein fremder namens eric gab mir anweisungen aber er ist keinesfalls der kopf der bande und ein hochrangiger im kloster ist ebenfalls in die sache verwickelt aber keine ahnung wer wie hast du überhaupt davon erfahren vor ein paar monaten traf ich ein paar alte freunde in kolin sie sagten sie wären unterwegs nach sarsau da man dort harte kerle anheuern würde und dass sie jeden nehmen alte freunde wer denn ach bloß ein paar briganten wir überfielen früher in mären gemeinsam die boten des markgrafen nette freunde hast du da ich hatte streit mit dem markgrafen ein mann wie ich lernt so alle möglichen leute kennen und was dann rapota und ich haben uns monatelang von brotrinde ernährt also schlug ich das angebot auf arbeit nicht aus ob ehrlich oder nicht wir ritten nach sarsau und trafen uns mit den pressern sie erkannten schnell dass ich kein bauer sondern ein adliger in nöten war komm langsam zum punkt nun sie stellten mich diesem eric vor und sagten mir nur das nötigste sie errichteten die werkstatt und beschafften die männer rohstoffe alles presser willst du damit sagen dieser eric heuert in sarsau bewaffnete männer an nun scheint so ich gab den pressern dafür etwas von den münzen ab den gefälschten natürlich wo finde ich diese presser schwierig meine freunde führten mich zu ihnen wir trafen uns mit ihnen in den wäldern bei sarsau man muss nur die richtigen leute kennen du sagtest du hast ihnen geld gegeben wo sie ritten zu mir zum minenschacht aber ich schätze dort wirst du sie nicht mehr finden hm wenn du meinst hm ok dieser eric du meinst er hat nicht das sagen er spreizt sich wie ein pfau ist aber bloß ein blauäugiger welpe außerdem redet er ständig von seinem herrn wenn auch nicht namentlich wo finde ich diesen eric ihr müsst einen treffpunkt gehabt haben er kam immer unangemeldet zur werkstatt aber nach allem was sich ereignet hat bezweifle ich dass er sich dort wieder blicken lässt dieser hochrangige kerl im kloster was kannst du mir über ihn sagen ich weiß nicht wer er ist nur dass er ein hohes tier sein muss immerhin kümmert er sich um den austausch der fälschungen in passau verstehe kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen nein er hätte mich mit werkstoffen beliefern sollen aber das tat er nicht eric meinte er hätte kalte füße bekommen das sollte fürs erste reichen legst du bei herrn ratzig ein gutes wort für mich ein ich würde ihm die treue schwören ich will kein abtrünniger mehr sein wieso sollte herr ratzig deine treue wollen du bist ein verbrecher und so wirst du behandelt ich verstehe nicht warum das meinen ruf verschlechtert er ist doch ein verbrecher und hätten wir ihn nicht erwischt dann hätte er einfach weitergemacht was ist das eigentlich für ein typ hier ruf wieder verbessert ich meine der ist auch ein verbrecher aber was zu trinken geben oder ein gutes wort beim ranzig einlegen ist schon ein unterschied da oben war ja doch gerade weg hä was hast du herausgefunden alles mögliche ein fremder namens eric steckt hinter dem fälscherring und irgendein hochrangiger im kloster im kloster tatsächlich das hat jeszek behauptet dann ist es schlimmer als befürchtet wenn das wahr ist müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen weshalb können wir uns nicht einfach im kloster umsehen nein wenn die kirche damit zu tun hat steht es nicht in meiner macht raus was wirst du also tun ich muss nachdenken das ist eine vertrückte angelegenheit und ich muss mich mit herrn harnusch beraten was ist mit diesem eric wer ist er das weiß ich nicht aber er heuert männer in sasau an und stellt eine armee auf verdammt pribus lavitz war also nicht das ende der geschichte höchstwahrscheinlich nicht herr noch dazu ist herr jeszek davon überzeugt dass eric nur ein mittelsmann ist und jemand anderes die fäden zieht du solltest nach sasau zurückkehren und das genauer untersuchen wenn sie einen angriff planen müssen wir diesmal früher davon erfahren ich bezweifle dass es so einfach ist der jeszek kennt die presser nicht und weiß nicht wo sie zu finden sind du musst das irgendwie hinbekommen junge erzähl mir nicht hier versammelt sich eine horde bewaffneter und niemand weiß davon ich weiß nicht wo ich anfangen soll herr hör dich in den wirts häusern um oder beim rathaus irgendjemand muss etwas davon gehört haben solche unternehmungen bleiben nicht völlig im dunkeln aber sei vorsichtig heinrich und vermeide es meinen namen zu nennen das zöge nur unerwünschte aufmerksamkeit auf dich die presser sollen dich für einen gewöhnlichen dorf jungen halten den sie anwerben können verstanden herr ich werde mein bestes geben ich weiß ich verlange viel aber ich wüsste niemanden der besser für dieses unterfangen geeignet wäre wie du befiehlst herr sei gegrüßt heinrich machs gut ok ja also ich glaube ja wir haben ja mal bei sasau hier dieses vranik entdeckt wahrscheinlich ist das irgendwo also ich wette das hat hier was damit zu tun aber müssen wir die leute befragen ja und interessant dass das mit dem ruf dann bei den einzelnen leuten ist gut dann können wir jetzt ja wir können natürlich hier weitermachen überlege gerade es geht wahrscheinlich ich weiß nicht ob das auf zeit geht ne das könnt ihr mir ruhig sagen geht das auf zeit diese quest weil wenn dann würde ich vielleicht erst was anderes machen wir haben hier zum beispiel noch diese nebenquest die müsste hier irgendwo in der nähe sein ähm wir haben ja auch noch die nebenquest für hans ne geht nicht auf zeit okay dann kann das erstmal warten ich glaube sogar dann gehe ich noch einmal zurück nach pravislawitz und will da noch irgendwas aufbauen das ist aber ganz schön weit aber ich würde da trotzdem gerne einfach mal hin und gucken ne hm so von hier aus kann ich nicht schnell reisen geh doch zur seite ratzig ich dachte jetzt haben wir hauptquests wieder ein bisschen gemacht können wir ein paar nebenquests machen und hab ich slavitz würde ich halt gerne machen und hier war noch irgendwo eine nebenquest und ähm ja das mit johanka können wir noch abgeben das können wir machen wenn wir eh in sasau sind dann gehe ich jetzt erstmal hier hin wir brauchen unbedingt ein teleport system ne was dass wir nicht einmal überfallen wurden ja das ist auch eine DLC-Quest Dominik ja das ist auch eine DLC-Quest Dominik Junge, 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 Junge das dauert mir jetzt hier wieder so lange Kahnplätze müssen verdichtet sein sag ich dazu nur wir sind hier gleich wieder in der Baustelle so mal gucken was wir jetzt schönes bauen können wir haben ja wieder 20k vielleicht bauen wir uns mal ein Rathaus jetzt guten Abend Struggle und guten Abend auch an alle anderen die vielleicht noch dazu gestoßen sind ja wir bauen erstmal noch irgendwas was Kohle bringt ich glaube da gab es noch einen Bogenschießstand oder so das bringt bestimmt auch noch Kohle aber jetzt machen wir schon tausend gewinnen ja guck mal wir gucken mal oder wir bauen und das Rathaus könnten wir auch bauen Kirche natürlich ja die Kirche ist verdammt teuer Schmiede haben wir Schickerei das haben wir Stallungen Hachhaus und Straße Holzfäderlager Bienenstücke für für Honig für den Bäcker Honig für die Schenke aber das können wir auch mal machen das ist ja nicht so viel machen wir mal das Marius Marius Kremple die Ärmel hoch wo ist er Marius was machst du da ich muss mal schlafen Schenke oder den Bäcker verbessern ja das könnten wir auch machen oder Gute Nacht Kube Gute Nacht Kuwe Gute Nacht Kuwe Das sieht ja gerade mega gruselig aus. So, ich packe erstmal hier Kohle rein. Man weiß, dass hier das sich schon wieder ansammelt. Pragen wir ruhig alles da erstmal rein. Ich kann ja immer was rausnehmen. Ist ja eh meins. Wo war denn... Ach, Skistand? Wattriebe mit Stallungen. Wo ist denn der Skistand? Bin ich gerade blind? Ich finde dieses Buch ein bisschen unübersichtlich. Ach so, der Skistand ist eine Erweiterung für das Wachhaus. Ach so. Ich dachte, den kann man einzeln bauen. Als wie so für diese Turniersachen und so, ne? Ja komm, dann machen wir das Wachhaus und dann... Ich habe mich entschieden. Machen wir den Skistand. Das sollte schnell gehen. Folge mir, dann sehen wir uns sogleich den Bauplatz an. Ist ja auch sicherer dann hier. Die Kirche mache ich glaube ich zuletzt. Erstmal noch mehr Kohle scheffeln hier. Irgendwo der Marius, der ist auch immer am Sprinten wie so ein... Usain Bolt. Ich glaube das Rathaus baue ich auch einfach gleich mal. Damit der Marius... Vielleicht ist er dann auch mal schneller, wenn er da... ...vernünftiges Zuhause hat. Und ich brauche ja auch ein vernünftiges Zuhause. Ich kann ja nicht im Zelt wohnen. Hier werden wir bauen? In der Tat. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Alles da. Der Bau kann beginnen. Einige Sekunden später. Nice. Eine eigene Wachgarnition. Da sitzt ja... Was macht denn hier... ...Divish da am Tisch? Nice. Jetzt ist ja hier richtig ausgebaut. Das ist schon ein schickes Dörfchen mittlerweile, muss man sagen. Ja, Test. Vielleicht sind die... ...die Stelle nicht schlecht, aber vielleicht ist das Wachhaus ja besser. Ich weiß es nicht. So. Warte mal, was hat das jetzt hier? 1300. Das ist nice. Dann machen wir jetzt noch mal den... ...Ski-Stand. Na, die kann ich jetzt nicht mehr bauen. Machen wir jetzt das. Ich habe mich entschieden. Gut. Fangen wir an. Man kann das nicht von hier ausmachen. Muss ich dir lahm... ...dinkenden Mann immer hinterherlaufen. Aber ich finde es cool, dass jetzt hier Wachen rumlaufen. Das ist nice. Ich wünsche dir auch viel Spaß, Young Artie. Ich wünsche dir auch viel Spaß, Young Artie. Zeit, dass die Blauglüter was unter... Ja, wir bauen hier gerade das Dorf aus. Young Artie kann leider nur beten. Hier werden wir bauen? In der Tat. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Mmh. Mmh. Alles da? Der Bau kann beginnen. Ja, mal mit seinem Mmh. Da kenne ich noch so einen, der immer Mmh macht. So einen Jorgensson. Und so einen Zwiebelritter. Ja, schick. Schick ist es. Alter, einen Herold haben wir auch. Was für ein Rating würde ich ein Spiel geben? Die Frage war heute schon mal. Eine 8 von 10. Bisher von dem, was ich gesehen habe. Größte Kritikpunkte. Teilweise manche Sachen, die für mich ein bisschen unlogisch sind. Würde jetzt so lange drauf gehen da, also dauernd darauf einzugehen. Und das Kampfsystem in manchen Zügen. Grundidee vom Kampfsystem gut. Umsetzung. Boah. Solari-Fari. Aber im Großen und Ganzen überzeugter Spiel auf jeden Fall. So. Da haben wir schon 1.400. Gewinnen. Ähm. Was haben wir jetzt eigentlich noch an Geld hier? Da haben wir auch noch 22. Weiß. So. Wir könnten, wir könnten, wir könnten. Ich glaube, wir bauen jetzt mal das Rathaus. Einfach, weil wir es können. Das machen wir. Es gibt viel zu tun. Begleite mich. Ja. Ich bin hier. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Oh, oh. Alter, was ein Rathaus. Ich will mal einen neuen Hund. Was macht die in meinem Rathaus? Wo lebt es sich doch schon mal ein bisschen förmlicher hier? Das heißt, er passt doch auf. Das ist meine Bude hier. Was können wir denn noch machen? Ich glaube, wir können... Ja, also Kräutergarten. Alchemie Tisch. Es ist schon teuer, das ausgebaute Rathaus. Hm. Ich überlege gerade, ob wir das machen sollen. Wir bauen erst mal noch... Schmiede ist ausgebaut. Bäckerei. Da könnten wir noch... Hockenschuppen. Machen. Geschäft kann ich nichts mehr machen. Geschenke. Da könnten wir noch... Brauerei rausmachen. Hm. Boah, wir machen mal die Brauerei. Marius, hämmle die Ärmel hoch. Wohnhäuser können wir gleich immer noch bauen. Ich kann ja nicht mehrere Sachen... Am liebsten würde ich auch mehrere Sachen auf einmal in... Auftrag geben. Dann komm mit, damit wir anfangen können. Oh shit, er findet den Weg nicht. Doch. Alter, diesmal... Alter, er ist... Er ist wirklich schneller, oder? Nee, doch nicht. Oder? Ich hab das Gefühl, er läuft schneller als früher. Vielleicht hat ihn das Rathaus... motiviert. Nee, er läuft doch nicht schneller. Mach die Kuh hier mitten auf der Straße. Ja, er ist gleich motivierter, wenn man nicht auf dem Boden pennen muss. Ja, das Laufen hätte man wirklich weglassen können. Wäre ja auch okay gewesen, wenn man einfach im Rathaus alles bespricht, so. Aber jetzt kann ich nochmal hoch, dann kann ich nochmal das Würfel-Dingsbums... Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Die Leute würfeln gerne, und ich auch. Wir sollten einen Würfeltisch für die Spieler aufstellen. Vielleicht gewinne ich ja einen Teil der ausgezahlten Löhne zurück. Hm, ja, das sollte gehen. Wir haben alles, was wir für den Bau brauchen. Wohlan, komm! Ich glaub, das machen wir jetzt lieber so. Dann geht's vielleicht schneller, wenn er eh schon unterwegs ist. Hier werden wir bauen? Ja. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Wir haben, was wir brauchen. Wenn eigentlich einige Tage vergehen, dann müsste ich ja immer auch mehr Geld haben. Aber die vergehen ja gar nicht. Ja, Muel, wie du jetzt gesehen hast. Haben wir genau das gemacht. Ich möchte etwas bauen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zum Bauen ist es zu dunkel. Ach, halt doch dein Maul. Ich warte einfach hier, obwohl ich kann auch immer im Haus schlafen. Wie soll man denn nageln, wenn man seine Hand nicht sieht? Wir haben noch 16.000. Da können wir noch ein bisschen was bauen. Schlaf ich denn? Habe ich Hunger? Lass essen. Mein Zimmer? Kein Bett? Hä? Wo ist mein Bett? Du schläfst in der Kiste. Wieso habe ich kein Bett? Was soll das? Ja, toll. Dann warte ich jetzt einfach hier. Dann warte ich eben. Und hallo, Cues. Hallo auch an alle anderen, die noch vielleicht dazugestoßen sind. Bett gibt es erst im Ausgebauten. Selbst das Zelt hatte ein Bett auf dem Boden. Was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich? Wäre die Tür jetzt zugemacht? Wäre das oben, oder? Ja, wie komme ich denn da hoch? So, Kumpel, ich will was bauen. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Ähm. Rockenschuppen für den Bäcker. Ja, das können wir auch machen. Dienenstücke. Ja. Ja. Erweiterung des Rathauses. Also Wohnräume, die kommen von selber, oder was? Komm, wir erweitern das Rathaus, oder? Alter, der Typ, ne? Er braucht immer 100 Jahre. Kann ich nicht mehrere Bauaufträge gleichzeitig abgeben? Guck mal, hier ist er noch flott. Wird er so schnell laufen wie hier? Hier ist er noch motiviert. Aber sobald es bergrunter geht, hat er keinen Bock mehr. Ja, jetzt macht er wieder seinen Slow-Mo-Walk. Guten Tag. Profi, was machst du da? Geh aus der Kuh raus. Also diese Kuh sieht sehr freundlich aus. Die ist gechillt, oder? Die hat die Ruhe weg. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Ja, nice. Das war ja fantastisch. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. So. Ähm. Die umliegenden Wälder würden sich gut für die Imkerei eignen. Die Nachfrage nach Honig ist hoch. Hm. Ja, das sollte gehen. Wir haben alles, was wir für den Bau brauchen. Wohlan, komm. Ich hoffe, das ist da vorne. Aber das ist ja cool, dass ich meine Sachen in die Räucherkammer legen kann. Aber wir gehen schneller, als dass er läuft. Ich brauche nur noch so zwei Stöcke in der Hand. Dann wäre er wie diese ganzen Senioren. Mit diesem Nordic Walking. Jetzt macht er die Imker genau hier, oder was? Mitten auf dem Dorfplatz. Der Meisterbogenschütze. Der Meisterbogenschütze bringt ihr komplett aus dem Konzept. Jetzt macht er hier richtig einen Moonwalk. Ach, Mann. Böhmisch Walking, ja. Was geht hier eigentlich mit den Kühen ab? Mö. Hier, willst du die Bienenstöcke machen? Mitten im Dorf? Hier werden wir bauen? Genau hier. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Alles da. Alles da. Nee, Toni war ich noch nicht. Mitten im Dorf. Das wird bestimmt niemanden stören. Als ob morgen schon wieder Rataia-Turnier ist. Dann vergehen ja doch Tage, oder? Die haben doch gerade das Rataia-Turnier erst gemacht, oder nicht? 1.900 Gewinn pro Tag schon. Nice. Also vergehen doch Tage. Guck mal, jetzt haben wir ja wieder 17k, ne? Ja. 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 Äh, ja komm, dann bauen wir jetzt das Rathaus aus. Wir können uns leisten. Muss auch nicht so weit gehen. Ich möchte etwas bauen. Bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Wie bist du in der Main-Story? Young Artie, ich weiß es nicht, weil ich kenne das Spiel nicht. Also ich soll jetzt, äh, rausfinden, wo die, die Stanzer sind, in den Sarsauer-Wäldern. Ja. Ich möchte das Rathaus ausbauen. Gehen wir zum Bauplatz. Ich überwache alles. Muss halt zum Glück nicht so weit. Hast du toll gemacht. Hättest du von da nicht machen können, ne? Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Alles da. Der Bau kann beginnen. Ihr habt gesagt, es vergeht keine Tage, aber es vergehen doch Tage. Das Rathaia-Turnier ist nämlich heute. Aber das lassen wir jetzt wirklich mal aussetzen. Das ist doch mal ein schickes Rathaus. Junge, 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 Junge. Presser waren es. Ja, genau. Presser, nicht Stanzer. Richtiger Vogt. Geiles Ding. Geil. Im nächsten Kingdom Come hast du dann so ein Sims-Bau-Menü. Das ist doch mal schick hier. Schick, 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 schick. So, wir haben noch 10k. Was machen wir denn damit? Schönes. Wir könnten natürlich hier noch diese Verbesserung bauen. Ja, warum nicht? Ich habe mich entschieden. Hallo, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Ich dachte an einen Kräutergarten, in dem wir Heilkräuter anbauen können. Gehen wir zum Bauplatz. Ich überwache alles. Hat er einfach nicht mitbekommen, dass ich eben von da hinten geschrien habe. Ich muss sagen, was mir hier nicht gefällt, ist... ...dass ich wirklich immer mit ihm laufen muss. Wohlgesehen. Begleite mich. Ach, jetzt. Jetzt hat er reagiert. Da ist er. Jetzt steht er in der Tür. Es gibt noch mehr Ausbaustufen. Ja, aber so weit sind wir ja noch nicht. Er ist so ein Vogel. Hier werden wir bauen? Ja. Ja. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. Wer hätte das gedacht? Oh nein, wir haben das Rataia-Turnier verpasst. Wunderschön. Bauen. Ich möchte etwas bauen. Bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Ein Alchemie-Labor im Rathaus wäre nützlich. Hm. Ja, das sollte gehen. Aber fertig hier. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Wunderprächtig. Niemand hat so einen schönen Alchemie-Tisch. Hat keiner. Ja, da würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir genau hier weitermachen. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann gebt mal ein Däumchen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir machen am Freitag hier weiter. Morgen geht es weiter mit Gothic. Bis dann, ne? Macht's gut. Tschüss. Sagen, 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 Sagen. Untertitelung des ZDF, 2020